Hallo und Hallöchen, liebe Burschis und Burschistas, herzlich willkommen zum 488. Podcast von BAFT, also dem 488. BAFT-Cast, das macht total viel Sinn. Und ich habe den Film bei mir. Hallöchen, wir sind heute zu zweit, weil irgendwie kein anderer Bock hat oder so. Und so viele spannende Sachen passiert. Kurz und schmerzhaft erzählt, wenn ihr keinen Bock auf uns habt, dann habt ihr leider Pech gehabt. Dann müsst ihr aber trotzdem zu Ende hören. Das ist richtig. Wer erstmal anfängt, der muss uns hin. Aber an der Stelle kann ich dazu sagen, wer keinen Bock auf mich hat, wird sich die nächsten zwei Wochen voll freuen, weil ich dann im Urlaub bin. Ach, solche Leute gibt es doch gar nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ich würde falsch lachen oder so. Super, so auch. Ich lache halt so. Da kann man ja nichts dafür. Wir hatten nur eine Frage für den Cast. Und ich habe vergessen, wie der User hieß. Aber für den verlinke ich was in den Cast Notes quasi, also in der News zum Podcast. Nämlich unsere Übersicht zu den Änderungen an den Berufen in VOVD. Da hat er nämlich eine Frage zu gehabt. Und ich wollte mir das jetzt nicht alles durchlesen, weil ich da überhaupt keinen Plan von habe. Und deswegen kannst du da einfach mal reinschauen, um in Erfahrung zu bringen, was passiert denn da mit den Berufen. Genau. In World of Warcraft Stingsbums. So, wir sitzen hier, um euch zu berichten, was wir so getan haben und was so passiert ist und was so noch passieren wird. Heute zum Beispiel bei unserem ersten Thema, das ist nämlich The Division. Und da startet ihr am kommenden Wochenende oder am Freitag oder am Donnerstag. Am Donnerstag für, wie heißt das? Xbox One. Xbox One. Und am Samstag dann? Äh, Freitag. Freitag für PC und Playstation 4. Bis Sonntag dann. Könnt ihr die Open Beta von The Division spielen? Ähm, für diejenigen, die auch die Close Beta gespielt haben, die ja jetzt nicht sonderlich umfangreich war. Es gibt eine neue Mission, also eine neue Hauptmission, die ihr spielen könnt. Es könnte ja durchaus für den einen oder anderen reizvoll sein, dann doch nochmal reinzugucken, wie diese neue Mission ist. Keine Ahnung, ob es irgendwie einen Vibe der Charaktere gab. Ich hatte auch irgendwie einen Level-7-Typen, mit dem ich ein bisschen in der Gegend rumgesprungen bin und keine Ahnung, ob der Level-7 bleibt oder ob ich einen neuen Charakter erstellen muss. Oder ob man beispielsweise mehr von den Systemen irgendwie mitkriegt, zum Beispiel von der Charaktererstellung, die ja komplett geweibt war von der Beta. Mein Gott, ja nur auf ein Random drücken, das war's. Und dann sich den aussuchen, der am wenigst beschissener aussieht. Das heißt, es bleibt aber ein Fokustest, es wird nicht das komplette Spiel einfach spielbar sein, wie bei manchen anderen Betas. Nee, nee, nee. Also das Beta zu nennen ist halt auch so ein bisschen mutig, sagen wir es mal so. Du kannst halt diese erste Mission spielen, die für den Medical Wing und dann halt diese zweite Mission. Ich gehe mal davon aus, von den Bereichen her, die man erkunden kann, wird nicht viel mehr offen sein, als das, was schon da war. Also Tracy Pier, Pennsylvania Avenue und alles so rundherum um den Madison Square Garden. Das ist so irgendwie so ein Streifen halt gewesen, wo man gucken konnte. Und rechts und links waren dann Bereiche, die waren auch für höherstiftige Charaktere. Aber dann wurde es halt sofort immer rausgeportet, wenn du der Meinung warst, du sollst einfach mal rein. Tja. Ich denke mal, es wird genauso sein. Der Download für die Daten startet, glaube ich, für die Xbox One am 16. Heute schon? Also spätestens morgen gehe ich mal fast davon aus. Und ihr könnt dann natürlich auch die PC und die Playstation 4 Daten für die offenen Beta nochmal runterladen, wenn ihr sie nicht eh schon von der Closed Beta oder sowas habt. Vermutlich relativ zeitig, sagen wir es mal so. Bei Playstation 4 und dem Zustand, in dem sich die Server von Sony befinden, ist das natürlich immer ein bisschen Glücksspiel. Wie groß ist der Download? Wird ja wahrscheinlich auch einige Leute interessieren. Der letzte war 28 GB. Ich gehe mal davon aus, der aktuelle wird auch so um die Größenverhältnisse haben. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das Spiel die Größe hat oder ob es noch größer wird. Weil wie gesagt, es war ja nicht nur so, dass du irgendwie nur Innenräume oder sowas besuchen konntest, weil du konntest auch auf den Straßen rumrennen. Und dann hast du ja rechts und links halt schon das andere Zoo gesehen. Deswegen gehe ich mal fast ein bisschen davon aus, dass das die Größe des Clients für die Konsolen ist. Ich gehe mal davon aus, dass der auf dem PC noch ein bisschen größer ist. Aber ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus. Also ist schon alles drin, nur noch gesperrt dann wahrscheinlich für die Beta? Ja. Man konnte auch schon ein Patch runterladen. Die Tage. Da bin ich mich recht im Sinne. Also zumindest für meinen Beta-Client oder für Davids Beta-Client auf der Playstation gab es irgendwie ein Update. Mal gucken. Da ist es vielleicht ein bisschen größer geworden. Ach, ist ja auch egal. Es gibt glaube ich irgendwo Systemanforderungen, die könnt ihr nachschlagen zu der Division, falls ihr wissen wollt, wie groß es eigentlich ist und wie viel man da runterladen muss oder so. Jetzt muss ich mal kurz ausschauen. Ne, muss ich doch nicht. Dann kann ich ja was trinken. Damit du dann musst. Ja gut, dann sind wir durch mit der Division. Interessant, weil ich an der Stelle noch erwähne. Wird es auch sein, ob die irgendwie das Handwerksystem mal drin haben. Weil das war ja auch gar nicht drin. Ach, das interessiert doch in einem Shooter keinen. Oh, und wer an der Open Beta mitspielt und sowieso schon weiß, dass er irgendwie The Division kaufen will, der kann im Rahmen der Open Beta, wenn er daran teilnimmt und sich quasi wahrscheinlich einmal eingeloggt hat oder so, ein Item erspielen. Ein irgendwelches, irgendein Goodie, von dem man nicht weiß, was es ist, was ihr dann bekommt, wenn das Spiel am 8. März gelauncht ist. So, jetzt aber. Schleife des Beta-Spielers. Die Schleife. Zum Mits-Haar-Stecken. Maybe. Jo, was haben wir noch? Hearthstone. Da ja in der vergangenen Woche der große World of Warcraft Legion-Podcast war. Von der MOA. Da warst du auch bei, war gut? Ja, war lang. War lang. Wir mussten dann irgendwann abbrechen. Deshalb konnten wir auch die Berufe nicht behandeln, weil unser wunderbares Aufnahmegerät wild geblinkt hat, dass die Batterie gleich leer ist. Echt? Dann haben wir dann lieber. Ja, die Batterie war leer, Nikos Blase war voll. Das waren dann zwei Gründe, den Schluss etwas kurz zu fassen. Ja, wir können ja mal gucken, ob man das nicht vielleicht irgendwie einführt, irgendwie einmal im Monat einen Moorcast zu haben oder so, weil der letzte, der war ja auch schon ein bisschen länger her. Der war kurz nach der Gamescom, glaube ich, ne? Nach der Ankündigung von Legion. Schon ein bisschen, ja. Ich habe früher immer Johann getreten, so von wegen, mach doch wieder einen Moorcast. Und der hat dann gesagt, mach ruhig. Und dann gab es auch einen. Aber wenn ich jetzt immer sage, jetzt trete ich dich und sage, mach mal einen Moorcast und dann für die WoW-Fans unter unseren Zuhörern, denn die gibt es natürlich auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Hearthstone. Ja, da kam ein ganz großer Patch, ne? Ja, es war kein Patch. Aber eine Ankündigung. Das war ja die Ankündigung, genau. Künftig, also diejenigen, die in Hearthstone ganz patch sind, die wissen das eh schon, aber diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, künftig, also mit dem Frühjahrsupdate und wahrscheinlich mit dem Release der nächsten Erweiterung, die auch irgendwann im Frühling kommen soll, wird bei Hearthstone was umgestellt. Es gibt dann einmal das Standardspiel und einmal das Wildspiel oder das Wilde Spiel. Und der Unterschied ist folgendes. Im Wildenspiel sind alle Karten enthalten, die jemals für Hearthstone veröffentlicht wurden. Und im Standardspiel nur die Karten, die innerhalb des letzten Jahres veröffentlicht wurden. Das heißt, wenn der Standardspielmodus beginnt im Frühjahr, sind die Karten von, also auch die klassischen Karten sind natürlich auch enthalten, sind zwei Erweiterungen ausgeschlossen, nämlich der Fluch von Naxamas und Goblins gegen Gnome. Das heißt, die Karten aus den Erweiterungen werdet ihr nicht mehr im Standardspiel spielen, aber halt im wilden Spiel. Und das Ganze ist darauf ausgelegt natürlich, dass es irgendwie bei Magic the Gathering so ein bisschen eine Art Balance auch reinkommt und dass das Spiel auch immer frisch bleibt und dass nicht immer die gleichen Decks gespielt werden und so ein Spaß. Wenn dir halt ein paar Karten dann fehlen, die du dann im Standardspiel benutzen kannst. Ja, und so macht die ganze Sache vor allem auch wesentlich Einsteiger, weil man im Standardspiel halt eben nicht auf alle Karten, ich meine, jetzt geht es gerade noch so, aber in 5, 6 Jahren, wenn Hardstone 20 Erweiterungen hat. Ja, kann man erwarten. Kann man halt nicht mehr als Anfänger überhaupt den Wust der Karten, die es schon gibt, überblicken. Man hat, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, ja auch verschiedene Karten, die man, Kartenpäckchen, die man kaufen kann. Da müsste man dann auch wissen, wo ist welche Karte drin, welche muss ich kaufen, wo kriege ich was her. Das wird halt damit wesentlich übersichtlich, wenn man hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die Standardkarten, die von Anfang an im Spiel waren, diese Klassenkarten und so weiter, und dann halt die aus der letzten Saison, nenne ich es jetzt einfach mal, dem letzten Jahr. Was sehr viel Übersicht ist und was dafür sorgt, dass das Metaspiel sich halt jedes Jahr mindestens einmal rapide ändert, weil jede Menge wichtige Karten rausfallen. Ja, ich habe mit dem Halfzone Community Manager ein bisschen gequatscht. Die meinten auch beispielsweise, dass der Standardspielmodus dann tatsächlich auch der offizielle Turniermodus ist für die ganzen Leute, die jetzt bei der BlizzCon, bei den Turnieren für die BlizzCon beispielsweise daran teilnehmen wollen, müssen sich darauf einstellen, dass sie dann halt nur noch diese Standardspielkarten zur Verfügung haben. Ich würde aber nichts weggenommen, sagen wir es mal so. Also, weil ihr könnt, es gibt den gewerteten Modus sowohl im wilden Modus als auch im Standardspiel. Das heißt, ihr könnt, je nachdem, worauf ihr gerade Bock habt, in dem einen oder im anderen Modus spielen und am Ende einer Saison, also die dauert ja immer einen Monat, also einer gewerteten Spielsaison, sagen wir es so, damit nichts vertauscht wird, wird dann der Rang genommen, oder der Modus, wo ihr den höchsten Rang erreicht habt, beispielsweise, ich habe jetzt im Standardspiel Rang 17 erreicht und im wilden Spiel Rang 14, dann wird für die monatliche Endabrechnung des gewerteten Spiels Rang 14 genommen, auf Basis, mich zu belohnen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit allen Karten, die es schon gibt, für Spieler, die schon lange dabei sind, im normalen Modus wie jetzt auch, der dann Wildmodus heißt, zu spielen, oder ich kann mich halt auf die neuesten Karten konzentrieren. Finde ich persönlich eine gute Änderung. Also da, wo du Bock drauf hast, wenn du feststellst, dass du jetzt irgendwie im Standardspiel überhaupt nicht weiterkommst, weil alle Gegner irgendwie dir zu schwer sind, oder so, kannst du immer noch im wilden Modus probieren, ob du da irgendwie halt jetzt einen höheren Rang erreichst und damit dann halt auch irgendwie eine bessere Monatsendbelohnung. Ja. Ne, die Änderung ist gut. Ich habe mich schon seit den ersten oder zweiten Hardstone-Erweiterungen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, in welchem Rhythmus die die Erweiterungen und neue Karten rausballern, dass sie da irgendwas machen müssen. Ansonsten hast du irgendwann zehn Millionen Karten und kein Neueinsteiger kann mehr einen Fuß in das Spiel setzen. Ja. Und das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich sehe ja tatsächlich inzwischen so weit, dass sie vierteljährlich eine Erweiterung veröffentlichen und da, also manchmal frage ich mich schon und ich spiele ja jetzt nicht unbedingt selten Hardstone, welche Erweiterungen, welche Karte jetzt, wo kommt das her und was muss ich jetzt, was kaufe ich jetzt für mein überflüssiges Gold an Knäckchen und äh, das macht schon Sinn. Ja, so viel spiele ich ja gar nicht. Ich bin froh, wenn ich mir mit dem Gold die nächsten Erweiterungen immer gerade so zusammenklauben kann. Ich habe immer so einen Bonus von 3000 Gold, der liegt da, wenn die nächste Kauferweiterung kommt, also die nächste Abenteuererweiterung, so wird das dann angebrochen. Hm. Ja. So sieht das aus. Ein Hardstone-Sparbuch quasi. Quasi. Was auch noch wichtig für euch ist, da ihr könnt die Erweiterungen nicht mehr dann kaufen, die Abenteuererweiterungen beispielsweise, die dann rausfallen. Also Fluch von Naxxramas, wenn ihr nicht den ersten Flügel schon mal irgendwann gekauft habt. Wer den ersten Flügel schon mal gekauft hat, der kann für Gold dann weiterhin, auch die anderen Flügel kaufen und die Karten dann erspielen. Und ihr könnt auch nicht mehr die, also dadurch, dass die Erweiterungen quasi aus dem Standardspiel auch rausfliegen, es fliegen auch die Kartenpäckchen, glaube ich, aus dem Shop raus, also die für Goblins gegen Gnome. Und dann könnt ihr die Karten, die da drin erhalten waren, nur noch für Arcanstaub craften für den Wildenmodus. Oder wenn ihr irgendwie so Kompetierungswünsche habt. Es macht ja auch Sinn, dass man nur die Päckchen der aktuellen Erweiterungen kaufen kann. Ja. Ansonsten wird das sehr unübersichtlich. Vor allem, ich gehe mal fest davon aus, dass Leute jetzt ankommen, die vielleicht irgendwie noch nicht so genau Bescheid wissen, die sagen dann, ich möchte einen Standardmodus spielen, kaufen sich dann ein Päckchen für Goblins gegen Gnome oder so. Und können die Karten nicht benutzen. und denken sich dann, Ceta und Mordio, Blizzard macht hier alles, nimmt mich aus oder so. Ja, das ist wohl wahr. Das heißt, ihr könnt dann künftig, wenn ihr für den Wildenmodus noch irgendwie eine Maxner haben wollt oder einen Lothab oder einen Kaelthusat oder so, könnt ihr sie ja per Arcanstab craften. Was natürlich bei den millionären Karten ein bisschen teuer wird. Allerdings muss ich sagen, das finde ich schon schade, dass da Neueinsteiger keine Chance mehr haben, Naxxramas oder ähnliches zu spielen, die PvE-Inhalte. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob die Abenteuererweiterungen noch per Echtgeld kaufbar sind oder nicht. Okay, das wäre zumindest etwas. Weil ich meine, da haben sie in die Boss-Designs für Hearthstone-Verhältnisse richtig viel Arbeit reingesteckt. Ja, allerdings. Ja, und da wäre es schade, wenn die einfach komplett aus dem Spiel verschwinden. Also irgendwie sollten die schon noch zugänglich sein. Und sei es nur, keine Ahnung, Spiele ohne Belohnung oder weiß der Geier was, wie die lebendige Geschichte in Guild Wars, die erst weg war und dann nach langen Drängen doch wieder da waren. Also es wäre einfach zu schade, wenn die Inhalte komplett verschwinden, weil die waren echt gut. Ja. Da habe ich lange dran geknobelt, die heroischen Bosse in Naxxramas zu besiegen. Würde es, glaube ich, auch ein bisschen traurig finden, wenn jetzt beispielsweise die Forscherliga, die ja auch nochmal so rein inszenatorisch ordentlich eine Schippe draufgepackt bekommen hat, wenn das dann einfach weg wäre, ohne dass irgendwelche Leute das nochmal spielen könnten, die halt auch nur Bock auf den PvE-Modus haben. Und dann tatsächlich, ich glaube immer ein halbes Jahr warten, bis so eine Abenteuererweiterung kommt und dann feststellen müssen, oh, ich kann es nicht mehr spielen, weil jetzt gibt es ja diese Änderungen. Ja, und ich denke, da sind nicht wenige dabei, die an diesem PvE-Zeug viel Spaß haben. Also ich gehöre auch zu denen, die lieber knobeln, um diese knüppelharten heroischen Bosse irgendwie zu besiegen, als im PvP zum 800. Mal gegen denselben Secret Paladin zu spielen oder, weiß ich nicht, um den selben Facehunter aufs Brett zu kriegen. Wir haben ja unseren grimmigen Layouter, der hat auch letztens mit Hearthstone angefangen und meinte dann auch so, oh, jetzt muss ich mir aber schnell den ersten Flügel von Naxxamas noch kaufen, weil er hat irgendwie Forscherliga zuerst jetzt gekauft, damit er das dann überhaupt noch spielen kann. Der hat auch relativ viel Spaß damit. Ist ja auch ein gutes Spiel. Als Neueinsteiger gerade. Keine Frage, dass das zumindest eine begrenzte Zeit viel Spaß macht und bei einigen springt der Funken über, die spielen es immer noch, bei einigen ist es ein bisschen mehr abgekommen. Das ist bei vielen Blizzard-Spielen so, oder? Ja, weil die halt so, zumindest mal von WoW abgesehen, halt alles Spiele sind, die du monatelang nebenhin legen kannst, ignorieren kannst und sofort wieder einsteigen kannst, ohne dass du größere Nachteile hast. Ja. Das ist, bei Hearthstone brauchst du nicht die neuesten Karten, bei Heroes brauchst du nicht die neuesten Helden, um Spaß zu haben und kompetitiv mitspielen zu können. Also jetzt vielleicht nicht ganz oben auf den World-Rängen, aber das kann ja von uns eh keiner, weil wir einfach zu kackig sind. Sag doch einfach, wir haben nicht genug Zeit, die wir da reininvestieren können. Unsere Internetverbindung ist zu schlecht, wir haben keine Zeit und das Gras ist zu hoch. Und der Hund hat die Hausaufgaben gesetzt. Ansonsten, ansonsten wären wir... Ansonsten wären wir top. Ja, ganz oben. Wenn Preisgelder gewinnen, müssen wir hier sitzen. Äh... Es gibt auch Neuigkeiten zu Destiny. Achtung, jetzt kommt wieder der Destiny-Monolog. Ich bin jetzt auch voll in Destiny, seit ich deinen Artikel gelesen habe über die hintergründige Geschichte. Und du dich gefragt hast, was ist denn das für eine Kugel? Wie viele Kugeln es in Destiny gibt. Alles ist rund und schwebt. Es sind viele Runde... Ich habe dir noch gar nicht von den Servitoren erzählt, dass die auch rund sind und schweben. In der vergangenen Woche gab es den Activision Blizzard Earnings Call. Und im Rahmen dessen müssen ja manche Bosse von Entwicklerstudios ein bisschen die Karten offenlegen, was sie so planen. Unter anderem haben wir da zum Beispiel... Ach, da kommen wir später noch drauf. Auch Neuigkeiten zu World of Warcraft erfahren, aber das erzählen wir euch gleich. Aber dort ließ sich auch erfahren, dass ein Gerücht, was irgendwie schon seit ein paar Wochen so kursiert, nämlich dass Destiny 2 oder der Nachfolger zu Destiny 2 oder die Fortsetzung zu Destiny auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und so ist es dann tatsächlich auch. Destiny 2, nennen wir es jetzt einfach mal so, als Codename, erscheint 2017. In diesem Frühjahr soll es ein großes Update geben. Wir sind gespannt, was das enthalten soll, weil die Scharlachwoche, die jetzt gerade stattgefunden hat, hat ja für sehr viel Unmut gesorgt. Vor allem, weil auch die Droprate von diesen Geistern voll zu niedrig war und dann sind Leute einfach nur in dieses PvP-Doppel reingegangen und haben sich selber umgebracht, um am Ende diese Belohnung einzufahren oder so. An dem Punkt hat dann Bungie oder haben die Entwickler von Bungie ein bisschen interveniert und haben gesagt, wenn ihr sieben Runden anständig Scharlach-Doppel spielt, dann kriegt ihr ab dem, ich glaube, 23. Februar garantiert ein 320er Geist. Bei manchen Leuten ist es nicht angekommen, die habe ich am Wochenende noch getroffen im Scharlach-Doppel in der Arena und die haben sich einfach irgendwo runtergestürzt, aber nun gut. Ich hoffe, ich habe die sieben Spiele hingekriegt, die ich brauche, um diesen Geist zu kriegen. Was jetzt das Frühjahrs-Update enthält, ist nicht weiter groß hin bekannt, außer dass es eine signifikante Erhöhung des Lead-Levels geben soll. Wahrscheinlich auf 400 oder so, keine Ahnung, wir sind ja gerade bei 320. Es soll neue Rüstung geben, ich gehe mal schwer davon aus, die ganzen exotischen Gegenstände, die momentan noch vermisst werden, die aber in der Bungie-Datenbank von Items schon drin sind, werden dann endlich mal zu sehen sein. Unter anderem die allerersten Warlock-exotischen Stiefel. Partytime. Exotische Stiefel. Exotische Stiefel. Und es soll Dinge geben, jetzt muss ich es kurz richtig zusammenkriegen, Dinge für Spieler oder für PvE-Fans geben, die Sachen ja häufiger wiederholen oder so. Weil Destiny ist ja quasi wie Diablo, nur mit Shooter. Da soll es neue Herausforderungen geben für die, die das gerne machen. Das heißt, ich gehe mal schwer davon aus, sowas in der Art von der Mission oder von diesem Bonus-Level, den man spielen muss für die schwarze Spindel. Das ist so eine Geschichte, es gibt so ein, wenn eine ganz bestimmte Mission die tägliche Herausforderung ist oder die tägliche Story-Mission, tägliche heroische Story-Mission, die dann ein bisschen schwieriger ist, gibt es das Ding, dass du innerhalb von 10 Minuten einen bestimmten Ort in diesem Level erreichen musst, um in ein Zusatz-Level quasi reinzukommen. War das 10 Minuten? Weiß ich nicht. Ja, das ist auch egal. Auf jeden Fall. Und dann hast du nochmal 10 Minuten Zeit, diesen Zusatz-Level zu spielen, der nochmal schwerer ist, um eine ganz bestimmte Waffe zu bekommen. Okay. Ja. Timerun. Ja. Für Bonus-Loot. Quasi. Das ist ja jetzt auch nichts so Neues. Das World of Warcraft, nee, das Destiny-Äquivalent zu World of Warcraft's Mythic Dungeons. Nee, Challenge-Modes meinst du? Challenge-Modes. Mythic-Dungeons sind einfach nur schwer. Naja, es ist auch schwer. Oder damals in BC die Treasure-Runs. Hier sind die Treasure-Runs, Time-Runs. Die Time-Runs. Ein bisschen wie die Time-Runs in Sulamann zum Beispiel. Ja, doch. Es weiß jeder, was gemeint ist. Zumindest gehe ich schwer davon aus, dass es so in die Richtung geht oder in die Richtung wir, also generell wird das wahrscheinlich sowas sein, von wegen wir recyceln irgendeinen Teil von irgendeiner Story-Mission, bauen da irgendwie was anderes drauf und dann könnt ihr da irgendwelche schweren Sachen machen. Müssen wir mal abwarten, was genau passiert. Und im Herbst soll dann eine Erweiterung kommen. Und die wird dann vermutlich so ausfallen wie König der Besessenen. Ist ja relativ groß und umfangreich gewesen. Und dann euch die Zeit verkürzen, bis dann die Fortsetzung von Destiny in 2017 kommt. Wahrscheinlich dann wieder im September. Wie ist das denn dann mit Destiny 2? Fängt man dann in dem neuen Spiel quasi wieder bei Null an? Keine Ahnung. Ist noch gar nichts zu sein. Was würdest du denn erwarten? Normalerweise geht man ja bei so einem MMO, wenn stetige Progression davon dabei ist, eigentlich davon aus, dass immer weiter Erweiterungen kommen. COWOW und die meisten anderen MMOs. Wenn jetzt ein neues Spiel kommt, müssen sie ja eigentlich für Neueinsteiger irgendwie wieder ein Level schaffen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es möglich ist, also diese typischen Erweiterungen und sowas haben wir ja jetzt im Rahmen der DLCs im ersten Jahr gehabt und jetzt halt mit diesen Erweiterungen, die sie im Herbst immer veröffentlichen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass wenn es eine Fortsetzung gibt von Destiny und wenn es dann Destiny 2 ist, nennen wir es halt einfach so, kannst du deinen Charakter vermutlich mitnehmen, spielst du aber was komplett anderes. Okay. Weil es würde keinen Sinn machen, wenn du jetzt irgendwie wieder im Turm rumhängen würdest, weil da hast du halt auch in Destiny 1 rumgehangen. Und das Spiel, sagen wir, es wäre jetzt nicht einfach nur ein optisches Update oder sowas, weil es dann irgendwie besser aussieht, weil sie müssten tatsächlich irgendwie komplett neue Inhalte bieten. Und dann macht es auch nicht viel Sinn oder beziehungsweise den Turm, den wird es vermutlich immer noch geben, aber du kommst halt nicht mehr in die Bereiche, in die du in Destiny 1 gekommen bist, sondern halt in ganz neue Sachen. Beispielsweise momentan bereist du das innere Sonnensystem, mir könntest du dir jetzt vorstellen, dass du das äußere Sonnensystem dann bereist. Aber keine Ahnung, es ist nichts dazu bekannt. Und Destiny 1 müsste ja dann eigentlich abgeschaltet werden. So beides parallel spielen macht ja sehr schön die Kreativität von Spielentwicklern dann wenig Sinn. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie das dann, dann lassen sie die Server vielleicht dann noch irgendwie ein Jahr laufen oder so und das war es dann aber auch, dass dann halt auch keine Updates mehr passieren. Aber das, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn es tatsächlich so eine einfache Erweiterung wird, die dann halt dran gepappt wird, dass du tatsächlich noch die ganzen alten Inhalte hast und die auch immer noch benutzt für diverse Sachen. Also dass quasi Destiny 1 ein Inhaltsteil von Destiny 2 wird. Dass die Spieler, die mit Destiny 2 anfangen, auf demselben Level anfangen, wie jemand, der Destiny 1 durchgespielt hat, aber noch irgendwie zurückreisen können und sich das ein bisschen angucken quasi. Ja, mal schauen. Okay. Wir sind gespannt. Ja. Wird auf jeden Fall interessant, wie sie es lösen. Ich bin immer gespannt wie ein Fützebogen, was Destiny angeht. Ich fand, es lustig, da hat irgendjemand am Wochenende, ach, Winn war das. Ja, natürlich. Winn hat unter meinen eigenen Artikeln geschrieben, oder die Kolumne zur Scharlach-Woche, so von wegen das Ja des Leidens für Suse, den Destiny-Fanboy oder sowas. Man leidet immer ein bisschen, wenn man Fan von Destiny ist, aber Destiny ist trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Das muss man halt dazu sehen. In den World of Warcraft würde ich jetzt auch nichts anderes machen, als die Rates nochmal 35 Mal abfahren. Ja. So in etwa. So muss man das sehen. Lass uns reden über ein anderes Spiel, das auch ein bisschen Sci-Fi ist. Overwatch nämlich. Da kann man jetzt wieder Beta spielen, habe ich gedacht. Ja, letzte Woche pünktlich nach dem Morecast abends, ich glaube es war abends dann nach dem Morecast, ging die Beta wieder hoch und seitdem ist wieder die halbe Redaktion, nur sich am gegenseitig auf die Rübe geben. Hast du Spaß? Unglaublich viel Spaß. Wir hatten ja in der ersten Beta-Phase, die war ja noch relativ klein, also nicht von den Spielern her, sondern vom Umfang des Spiels. Wir haben mehrfach diskutiert und auch darüber geschrieben, was da noch fehlt, damit das Ding ein komplettes Spiel wird. Und ich würde behaupten, alles, was jeder Punkt, den wir aufgezählt haben, ist, oder fast jeder Punkt ist jetzt da. Man hat ein Fortschrittssystem, in dem man sich Level hoch spielen kann, man wird nicht stärker, sondern man kriegt einfach nur eine höhere Zahl. Das heißt, jeder andere sieht, oh, der hat mehr Erfahrung auf dem Buckel. Der hat 35 Mal mehr gespielt. Genau, der hat 3000 Millionen Stunden schon da drin versenkt, was trotzdem motivierend ist. Und ja, man muss auch nicht unbedingt hervorragend spielen, um hochzuleveln. Der meiste Fakt geht einfach über erfolgreich erledigte Spiele. Das heißt, man ist auch eher gezwungen, dabei zu bleiben, wenn man das Spiel vorher beendet, also vorher rausgeht. Dann gibt es halt keine EP, hast man halt gelitten. Deshalb spielt man auch ein Spiel, was fast, oder was mehr oder weniger sicher verloren ist, trotzdem zu Ende. Also quasi wie in Heroes of the Storm, oder? Ja, da war ich nicht, da habe ich nie Letter gespielt, aber ich glaube schon, ja. Also da hast du ja auch ein Account-Level und jedes Mal, wenn du was fertig gespielt hast oder sowas, kriegst du halt Erfahrung. Genau, du kriegst natürlich bei Overwatch, du kriegst Bonus für ein gewonnenes Spiel oder für Medaillen, wenn du die meisten Kills gemacht hast und so weiter. Aber die Boni sind so klein im Verhältnis zu denen, die du kriegst, wenn du ein 20-Minuten-Match fertig gespielt hast, dass sie kaum ins Gewicht fallen. Es sind zur Individualisierung jede Menge Skins reingekommen. Damit hatten wir ja schon gerechnet. Spray-Logos, wie sie in allen Shootern irgendwie mittlerweile drin sein müssen, warum auch immer. Dass man lustige Bildchen an die Wand springen kann. Yeah! Es sind hunderte drin. Siegesposen hat uns ein bisschen überrascht. Wer Overwatch kennt, weiß, dass am Ende das Siegerteam schön nochmal in Reihung Glied da steht und nochmal posen darf. Da kann man sich mittlerweile auch aussuchen, wie sein Held da posiert. Echt? Also verschiedene Stellungen mit dem Gewehr zielend oder locker lässig auf dem Boden sitzend oder so. Und auch die Highlight-Intros. Das heißt, am Ende des Spiels wird ein Spieler auserkoren, der das Highlight des Games gemacht hat. Die beste Aktion. Und die wird immer von einem kurzen Video eingeführt. Und das kann man sich mittlerweile auch aussuchen. Für seinen Helden. So viel Gimmick gerade. Ja! Wenn man guckt, wie viel Liebe und wie viel Spaß die Entwickler, glaube ich, hatten, als sie die Skins angelegt haben. Klar, man hat von jedem Held irgendwie vier, fünf, sechs verschiedene Farbgebungen, wie es halt Standard ist. Aber es sind auch so viele liebevolle Skins dabei. Zum Beispiel, okay, das ist jetzt nicht das beste Beispiel für liebevoll, aber Reinhardt, der deutsche Tank, der aus Stuttgart kommt nach der Lore von Overwatch, hat halt einen Bundeswehr-Skin. Wo sein Panzer in Bundeswehr-Tarnfarben angemalt ist mit einem großen Deutschlandadler auf der Brust. Sieht halt super genial aus. Oder unser Reaper hat verschiedene Mariachi-Outfits, wo er mit der Gitarre auf dem Rücken rumläuft. Lauter solche Sachen. Vincent, der Affe, hat so ein Dschungel-Outfit mit dem typischen 70er-Jahre-Dschungelhut. Da haben die Entwickler echt viel Liebe reingesteckt. Ja, wunderbar. Wenn du dir auch allein die Hero-Skin anschaust oder sowas, die sie da reinschmeißen, da denkst du ja auch manchmal. Ja, und der Humor, der dabei zutage kommt, erinnert tatsächlich an Overwatch oder beziehungsweise andersrum. Also man merkt, dass da dieselben Designer-Köpfe in den Meetings sitzen und diskutieren, wie sie es machen können. Ja, diese ganzen Skins kann man nicht kaufen. Es gibt noch keinen Shop, es kommt einen Shop, aber man kann nicht sagen, ich hätte gerne den Skin, hier sind 10 Euro, viel Spaß. Es gibt sogenannte Loot-Boxen, die kriegt man im Moment für jedes Level, was man aufsteigt, was am Anfang nach einem oder zwei Spielen sind, auf Maximalstufe, also bis Level 22 wird es immer mehr und dann sind es immer dieselben EP für ein Level. Da dauert es dann schon 7, 8, 9, 10 Gefechte für jede Stufe. Da kriegt man eine Loot-Box und da sind Blizzard-typisch Gegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen drin, selten, außergewöhnlich, episch, legendär. Und da sind diese Skins, Spray-Logos, Sprüche, alles drin. Kriegt man halt nach dem Zufallsprinzip. Was jetzt ist, wenn du was hast, wenn du was bekommst, was du schon hast, wird es in eine In-Game-Währung umgewandelt, von der du dir dann fehlende Skins kaufen kannst. Und das ist wohl zumindest eine Aussage der Entwickler aktuell, kann man nur diese Loot-Boxen später kaufen. Preis und so weiter steht natürlich alles noch nicht fest. Aber man kann nicht sagen, ich hätte jetzt gerne hier den Skin, ich will den haben. Ich kann sagen, hier sind 10 Euro, ich hätte gerne 5 Loot-Boxen. Das wäre okay, sie werden wahrscheinlich teurer werden. Aber man ist immer noch auf Glück angewiesen, weil man halt irgendwann dann wahrscheinlich alle Skins hat. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen drüber diskutieren, dass es ein Vollpreisspiel ist und dann wollen sie noch sowas da rein machen. Ja, es sind halt nur kosmetische Sachen. Es bietet keinerlei spielerischen Vorteil. Der weht da gar nicht zu. Ja, es ist halt die elendige Diskussion, die man immer hat, wenn irgendwas einen In-Game-Shop hat. Was darf da rein? Wie viel darf es kosten? Macht es überhaupt Sinn? Ist es moralisch vertretbar, wenn man wie ein Overwatch mindestens 40 Euro ausgibt, um das Spiel zu haben? Beziehungsweise 60 bei Playstation und Xbox. Ja, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich hätte dafür gerne alle Inhalte. Ich finde es doof, dass es das noch gibt. Wobei man, ja, das wird halt dadurch umschifft, dass man mit regelmäßigen Spielen nach und nach alles kriegt. Es ist tatsächlich so, also ich meine, das Rangsystem wird ja irgendwo einen Deckel haben. Es wird ja irgendwo eine Obergrenze haben. Aktuell nicht. Es ist auch nichts angekündigt, dass es eine Maximalschule gibt. Die EP steigen aktuell immer weiter, die man braucht. Bis Level 22, danach sind es immer dieselben EP. Aber davon, dass man irgendwann aufhört zu leveln, ist nichts gesagt. Ich nehme an, das wird ähnlich wie die Paragon-Level, die halt bis in alle Unendlichkeit ewig weiter steigen. Dann ist es natürlich doch vertretbar, weil du hast ja trotzdem die Chance, dir das Zeug im Spiel einfach nur zu erspielen. Und wenn du halt ein ganz nervöser bist, dann kaufst du es halt. Ja, das Einzige, die jetzt drin sind, die man nicht kaufen kann, beziehungsweise die man nicht kriegt, sind halt diese Origin-Skins, die in der Collectors Edition und Origins Edition drin sind. Gut, aber das kann ich, ja, wenn sie sowas verkaufen mit extra Gemmicks, dann darf man natürlich keine nehmen, die man sich nach zwei Wochen im Spiel erspielt hat. Dann ist das Verkaufsargument irgendwie hinverlässig. Ich habe gehört, es gibt auch einen neuen Spielmodus. Ja, das war ja die lange Diskussion vorher. Sie haben den Spielmodus angekündigt und haben gesagt, es wird nicht Capture the Flag und es wird nicht Team Deathmatch. Aber was soll es dann? Genau, und dann waren alle Shooter-Spezies bei uns so, okay, die zwei Modi, wir kennen vier Modi, zwei sind ausgeschlossen, zwei sind schon drin. Hä? Was kommt da jetzt noch? Und jetzt haben sie quasi einen King-of-the-Hill-Modus eingeführt. Der heißt Kontrolle. Es sind zwei neue Karten extra dafür gekommen, auf denen drei Kontrollpunkte sind, von denen einer aktiv ist. Jetzt muss man diesen Punkt einnehmen, indem man logischerweise mit voller Mannstärke oder wie auch immer da drin steht, genauso wie die Kontrollpunkte bis jetzt auch schon. Dann wird der Punkt innerhalb von drei, vier, fünf Sekunden fürs eigene Team eingenommen und dann zählt ein Zähler hoch bis 100%. Und wenn die 100% erreicht sind, dann ist diese Runde gewonnen. Wenn das gegnerische Team einen vom Punkt vertreibt und Capture den Punkt für sich selber, dann zählt den ihr Zähler hoch. Bis der erste, der 100% hat gewonnen. Macht ja Sinn. Und das Ganze dann im Best-of-Three, das heißt, zwei Siege muss man einfahren, zwei Runden muss man gewinnen, dann ist das Match gewonnen. Etwas kompliziert. Ja, sorgt halt dafür, dass sich alles um einen einzigen Punkt vermaledeit. Alle rennen auf diesen einen Punkt und es ist ein Geschnetzel vom Allerfeinsten. Ja. Das ist jetzt nicht so persönlich mein Lieblingsmodus, aber es ist halt was ganz anderes. Ansonsten hat man immer diesen einen Punkt oder die Fähren, die man begleiten muss, die Autos, die man begleiten muss und hat einige Helden, die außen rumtouren, über irgendwelche Flankenwege dem Gegner in den Rücken fallen und hier konzentriert sich alles auf einen Punkt. So ein bisschen Kessel. Ja, genau. Es sorgt halt auch dafür, dass einige Helden, die im normalen Spiel eher meh sind, halt hier richtig zur Geltung kommen. Weil die Karte gut passt, weil der Spielmodus gut passt, sind zum Beispiel Helden wie Lucio, die Fähigkeiten haben, mit denen sie andere Helden wegschubsen können, die bisher vollkommen irrelevant war. Weil dann steht der Held halt drei Meter weiter und er schießt mich. Aber hier die Karten haben Abgründe um die Punkte drumherum. Wie oft habe ich gesehen, wenn er das Lucio da rein stürmt und das komplette gegnerische Team über die Klippe springt. Das ist geil. Solche Sachen. Die Tanks werden wieder wichtiger, weil man natürlich mit Gebalter macht von drei, vier Tanks so einen Punkt einfach besser verteidigen kann, wenn da noch zwei Heiler dahinter steht. Weil man muss den Gegner ja nicht töten, man muss ihn nur davon abhalten, einen selber zu töten, wenn man den Punkt erstmal hat. Und das sorgt für viel Dynamik, weil wenn man den Punkt dann verliert, muss man das komplette Teamplay ändern, weil man nicht mehr was verteidigt, sondern jetzt auf einmal in der Angreiferposition ist. Das heißt, die Helden werden öfter durchgewechselt und so weiter. Wenn sich die Spieler erstmal dran gewöhnt haben, ist der Modus mit Sicherheit gut. Im Moment ist es, aus meiner Erfahrung zumindest noch, die, die als erstes den Punkt eingenommen haben, die verteidigen den auch. Also ich habe selten, dass der Punkt wechselt. Bei Dirk gesagt hat, bei ihm wechselt er permanent. Der spielt ein anderes Spiel. Es mag ja auch sein, dass einige Spieler ihre Metiers eher im Verteidigen haben und andere im Angreifen. Das ist richtig. Also ich zum Beispiel verteidige unglaublich gerne und habe auch als Verteidiger noch nie ein Spiel verloren. in der Beta aktuell. Andere sind im Angreifen wahrscheinlich besser, wo ich jedes Mal denke, was machst du denn jetzt hier? Läufst du um die Ecke, bist du sofort tot. Und hier können halt, ja, kommt beides zur Geltung. Von daher, wenn die Helden-Balance irgendwann stimmt, wird das mit Sicherheit einer der beliebteren Spielmodi. Denke ich. Denke ich auch. Weil es halt schnelle Action ist einfach. Ich kenne das ja aus, in Destiny gibt es auch einen Kontrollmodus, aber da sind die drei Punkte gleichzeitig aktiv. Das heißt, du musst halt immer da hinrennen und dann verteidigen und gucken, ob du es verteidigst kriegst und sowas. Das hat natürlich eine bisschen andere Dynamik tatsächlich, als es ist nur ein Punkt aktiv. Ja, das hatten auch viele für Overwatch erwartet oder ärgern sich, dass es nicht so ist. Allerdings bin ich der Meinung, mit mehreren Punkten bei einem Sechs-Mann-Team, was halt ein Team-Shooter ist, wo die Teamarbeit, das Zusammenarbeit wesentlich wichtiger ist als der einzelne Skill, wäre es fatal, wenn sich das Team aufteilen müsste. Was in Spielen mit eingespielten Teams vielleicht noch gut gehen würde, wird in keinem Zufallsgefecht der Welt funktionieren. Da stehen dann irgendwie zwei Tanks gegen einen Heiler und einen DD und dann... Nee, das geht der Team-Faktor irgendwie verloren, wenn du es aufteilen musst. Von daher, so ist es schon gut so, denke ich. Gibt es sonst noch was Neues? Jetzt habe ich so lange schwadroniert, was haben wir denn Neues? Oh, so lange ist das noch gar nicht. Ach, die Helden wurden angepasst, klar. Balancing hier, Balancing da, Balancing kaputt gemacht. Was? Ja, sie haben zwei der beliebtesten Helden in der ersten Beta-Phase, Bastion und Torbjörn, haben sie massiv überarbeitet, weil sie in der ersten Beta-Phase für Einsteiger zu übermächtig schienen. Also gegen, ich sage es mal so, wenn man einen von den beiden Helden gespielt hat, hat man eine Anfängergruppe im Alleingang zerlegt. Und gegen eine gute Truppe hatte man selber keine Chance. Deshalb haben sie Helden massiv überarbeitet. Und jetzt, der Stand jetzt ist, dass die zwei, wenn sie zusammenarbeiten, als Verteidigerteam quasi nicht zu knacken sind. Torbjörn stellt Türme auf, die jeden Gegner in Reichweite instant ins Ziel nehmen. Also ohne Zielzeit und sofort unter Feuer nehmen. Und Bastion kann in Sekundenschnelle jeden Feind töten. War vorher dadurch eingeschränkt, dass er in seiner Geschützkonfiguration nur nach vorne schießen konnte. Mit so einem 180-Grad- oder 160-Grad-Drehmodus. Kann sich jetzt in alle Richtungen drehen und hat eine unglaubliche Panzerung. Kann sich innerhalb von vier Sekunden von 0 auf 100 hochheilen. und das ohne Cooldown. Also sobald er nicht unter Feuer ist, heilt er sich einfach wieder hoch. Wenn die zwei zusammenarbeiten und dann vielleicht noch einen Tank haben, wie den Reinhardt, der sie mit ihrem Schild beschützt, dann ist es aus. Wenn die zwei echt schlecht spielen und das Angreifer-Team spielt echt gut, dann haben sie eine Chance. Aber im Normalfall sind die zwei nicht mehr zu knacken, wenn sie gut spielen. Und ja, da ist in der Community im Moment der Ärger ein bisschen groß. Das glaube ich. Weil es halt mehr oder weniger das Gegenteil war dessen, was sie wollten. Es führt auch vor allem Torbjörn mit seinen Türmen zu witzigen Situationen. Ich habe vorhin erwähnt, am Ende gibt es das Highlight des Spiels. Und das ist bei Torbjörn in der Regel der Turm, weil der halt viel Schaden macht, alles trifft und dadurch viele Kills generiert. Die Kamera bei Highlight des Spiels bleibt aber immer auf Torbjörn. Das heißt, ganz oft siehst du dann einen Torbjörn, der gerade vom Spawn zum Kampf läuft oder tot in der Ecke liegt, während er das Highlight des Spiels durchmacht. Weil der Turm bleibt ja stehen, der Turm feuert weise. Super. Ja, führte sogar dazu, dass ein amerikanischer User eine Petition am Blizzard gemacht hat, aus dem Highlight des Spiels, dass es bitte umbenannt wird in Torbjörn of the Game. Schöne Idee. Ja, Balancing Skins, neuer Spielmodus, habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt, mehr fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Die Menüs sind alle überarbeitet worden, sehen jetzt schöner aus, funktionieren intuitiver. Der Spielmodus, man kann mittlerweile, konnte man in der ersten Beta-Phase schon, aber jetzt etwas ausgefeilter, sich eigene Matches erstellen. Klar, das ging vorher auch, kann man Freunde einladen und mit den Spielen. Da ging es immer, achso, ne, eigene Matches erinnert mich nur an diese Bot-Geschichte, wo du allein gegen sechs Bots gespielt hast. Ja, genau, das kannst du jetzt, kannst du die Anzahl der Bots zum Beispiel einstellen, dass du nicht alleine gegen sechs bist. Wie clever. Im Moment leider nur von vier, also im Moment gibt es nur vier Helden, die man als Bots einstellen kann. Wahrscheinlich haben sie für mehr noch keine KI basteln können. Aber man merkt schon, wo Blizzard hin will, nämlich in Richtung kompetitives Tournament-Play. E-Sports, auf gutem Deutsch. Man kann nämlich diese Gefechte bis aufs Kleinste zerlegen und einstellen, wie man will. Man kann Helden verbieten, man kann Heldenrotationen ändern, dass man so und so oft nur noch wechseln darf, nur noch zwischen denen und denen. Man kann die Karten einstellen, klar. Man kann Heilungen, Aufladezeiten von Ultimates, Schaden von Einzelnen hoch und runter regeln, wie man will. Echt? Also es sind kaum Grenzen gesetzt. Sehr cool. Und ja, also das ist ein eindeutiges Zeichen, dass die Richtung E-Sport wollen und den Leuten, den Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, keine Ahnung, unser Metagame funktioniert im Moment ein bisschen schwach, ihr dürft den Helden rausstreichen, zum Beispiel. Oder ihr wollt ein actionreicheres Turnier, dreht die Ultimate-Rate um 200% hoch, damit die Gegner sich, damit die Spieler sich nur noch mit Ultimates bekämpfen. Oder wie bei MOBAs halt so Bands halt tatsächlich reinschmeißen, dass das eine Team irgendwie einen bestimmten Helden bändt, dass das andere Team dann nicht nehmen kann. Ja, zum Beispiel, also der Orthonormalspieler wird diese Funktionen in den seltensten Fällen brauchen. Außer vielleicht, um mehr Action zu haben, irgendwie die Ultimate-Rate hoch, den Schaden hoch oder sowas. Aber für Turniere wird das sehr wichtig. Ja, klingt interessant. Bin ich gespannt, wie das so abgeht mit Overwatch, E-Sport. Weil auf E-Sport legen sie ja sowieso schon seit ein paar Jahren extrem wert. Bei Heroes of the Storm haben sie versucht, groß einzusteigen, haben es nicht so ganz geschafft. Bei Heroes of the Storm haben sie es halt nicht geschafft, die Platzhirsche, die schon vorher da waren, zu verdrängen. Da ist die eingefleischte LoL-Gemeinde aus, keine Ahnung, 3000 Milliarden Spielern. Und die Helfer davon sind chinesisch. Die kriegt man nicht zu Heroes of the Storm. Bei Hearthstone haben sie es einfach dadurch geschafft, dass das Spiel sehr zugänglich ist. dass jeder versteht, was da vor sich geht, im Gegensatz zu einem MOBA oder zu einem StarCraft II, was so schnell ist, dass sie beim Zuschauen... Also ich weiß, wie MOBAs funktionieren und ich weiß, wie Heroes of the Storm funktioniert, aber ich gucke es nicht im E-Sport-Bereich, weil das mir einfach viel zu anstrengend ist. Das hat mit Hearthstone halt wesentlich besser funktioniert. Und bei Overwatch... Bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt, wie es funktionieren wird. Es wird wahrscheinlich... Ja, im Shooter-Bereich gibt es halt CSGO, also Counter-Strike, was ziemlich groß ist. Und danach bricht es schon so ein bisschen ab. Danach ist nicht viel. Und Team-Shooter wie Overwatch oder noch Team Fortress 2 sind bisher im E-Sport wenig vertreten. Also da ist eine Lücke, in die sie reinschießen können. Müssen sich halt trauen, das dementsprechende Budget in die Hand zu nehmen, Turniere zu organisieren, das ordentlich zu pushen und dann könnte das auch funktionieren. Ich bin gespannt. Vor allem so auf so... Wobei Spectator-Modus gibt es schon, oder? Spectator-Modus ist schon drin, aber der ist, würde ich behaupten, zum Zuschauen nicht so schön wie eine Ego-Perspektive, weil es sehr viel Gewusel ist. Die Helden hüpfen kreuz und quer. Und dadurch, dass die Karten jetzt auch keine Wüstenlandschaften sind, sondern sehr verschachtelt sind, kriegt man in dem Modus, also im Spectator-Modus, wahrscheinlich die Hälfte nicht mit. Das ist so. Und vielleicht gibt es einige, die diesen Spectator-Flug-Modus so gut drauf haben wie ein Kameramann, dass sie das Gefecht gut verfolgen kann, will ich keinem unterstellen. Das geht bestimmt. Aber ich denke, aus der Ego-Perspektive ist es einfach schöner. Man auch sieht, was die Spieler sehen und wie sie sich verstecken. Ja, denke ich jetzt einfach mal. Ja. Blizzard ist ja bekannt dafür, dass sie klotzen statt kleckern und da mit Sicherheit ordentlich was reinbuttern werden. Butter. Ich gehe auch davon aus, dass Overwatch sich verkauft wie geschnitten Brot. Ich möchte noch mehr Essens-Allegorien hier verteilen oder sowas, damit mein Magen gleich klaut. Müssen wir oben wieder Vronis Schrank plündern. Nein, ich gehe da nicht ran. Der ist verteufelt. So häufig, wie die Leute da vorstehen. Zur Erklärung, unsere Kollegin Vroni hat einen Schrank, der voll ist mit Schokolade und anderen Knabbereien. Ja. So zur allgemeinen Verfügung aller Kollegen. Und immer wieder stehen Leute auf und wandern zu diesem Schrank. Du hörst immer so das Klappen von dem Schrank. Dann guckst du so. Ah, Nico. Wer ist diesmal? Ah, Dirk. Ah, Dirk schon wieder. Das ist sehr schön. Ja, ich habe mich auch bis jetzt standhafter von fern gehalten. Ja, wenn ich damit anfangen würde, ich würde kein Ende finden. Deswegen lasse ich es lieber ganz. Genau. Essen wir lieber auch so Bananen. Ja, genau. Wir essen Bananen. Die sind auch gesünder. Und streiten uns mit unseren Layoutern darüber, wie Bananen gut sind. Ja. Fast grün nämlich noch. Nein, nicht ganz. Mit einem Haugrün. Ja, das geht. Ich habe die Tage eine fast grüne, sondern noch ziemlich grüne gegessen. Die war recht bitter. Die haben dann auch so eine komische Konsistenz. Ja, das ging. Aber die war noch so ein bisschen bitter. Am nächsten Tag habe ich eine von demselben Bündel gegessen. Die war dann perfekt. Und dann habe ich am selben Tag die anderen drei auch noch gegessen, bevor sie zu reif sind. Ich habe letzte Woche Bananen gekauft und die liegen jetzt immer noch rum, weil sie immer noch zu grün sind. Vielleicht sollte ich sie einfach mal schälen und probieren, weil es kann ja sein, dass es irgendwo, keine Ahnung, Wunderbanane ist. Eine Wunderbanane. Lieber etwas warten, als dass sie bitter ist. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, wenn sie zu reif ist, haut sie einfach in die Pfanne. Mit Honig und Zimt. Schmeckt sehr gut. Ich mache sie halt ins Müsli. Funktioniert auch. Ja, aber ich esse kein Müsli. Nee, bitte. So, kommen wir mal weiter weg von Essens. Ja, genau. Vergleichen. Es wird vor. Es gab es eine Neuigkeit. In der vergangenen Woche wurde nämlich Anarchie im Paradies freigeschaltet. Das ist das zehnte Kapitel von Knights of the Fallen Empire. Ja, und ich dachte nur, ich sage das mal eben für die Leute, die es noch nicht wissen. Mit dem nächsten Kapitel, dem 11. ist dann wahrscheinlich Anfang März zu rechnen. Da gibt es aber noch kein genaues Datum zu. Und ich werde in meinem Urlaub vielleicht mal reinschauen. Damit ich vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen mitreden kann, wenn Summer wieder da ist und sagt, oh, es wird hoher. Und ich sage so, ja, ich bin Level 40. Ja, ist ja jetzt Zeit. Ja. Ist uns noch was geplant für den Urlaub, außer es wird hoher? Wir müssen uns noch entscheiden, ob wir Witcher 3 spielen wollen oder Fallout 4. Wir wollen Bloodborne noch fertig machen, weil wir sind ungefähr 10 Stunden lang an fucking, wie heißt der? Shit Ludwig gewibt. Shit Ludwig. An Ludwig gewibt. Das darf ich an dieser Stelle mal offiziell bekannt geben. Und dann haben wir es erstmal sein lassen. Und jetzt liegt das aber auch schon so seit zwei Monaten wieder rum. Wir müssten eigentlich wieder spielen, damit man nicht wieder komplett rauskommt. Also ihr macht reinen Zockurlaub zu Hause. Ja. Entspannen. Mit Zahnarztbesuch zwischendurch und so, weil wir gerne Arzt. Gilt das eigentlich als Weiterbildungsmaßnahme? Zu Hause die ganzen Spiele weiterspiegeln. Solltest du mal bei Dirk beantragen. So habe ich das noch nicht betrachtet. Ja. Möglicherweise. Und ich muss natürlich mein, damit kommen wir zum nächsten Thema, mein World of Warcraft und Pandarenpriester spielen. Weil ich irgendwie, ich hatte das am Wochenende, ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, ich möchte gerne World of Warcraft spielen. Und sowas habe ich seit Jahren nicht gehabt. Wem passiert das nicht ab und zu Sonntagsmorgen? Das habe ich seit Jahren nicht gehabt. Ich habe tatsächlich World of Warcraft gespielt und mit meinem Schamanen fünf Level gemacht. Das war sehr schön. Und dann hatte ich irgendwie gestern die Eingabe, als ich wegen Liebe liegt in der Luft ein bisschen rumgeguckt habe mit meinem Pandarenmönch, ob es irgendwas Neues gibt, was es übrigens nicht gibt. Also was Neues. Und habe mir gedacht, ich wollte auch eigentlich immer mal wieder, ich habe damals überlegt, als Myth of Pandaria kam, ob ich aus meinem Nachtelfenpriester einen Pandarenpriester mache, weil ich finde, die laufen erstens sehr fluschig, haben sehr coole Animationen und sind halt einfach fett. Auf mehrere Art und Weisen. Und dann habe ich mir gedacht, ich erstelle mir einen Pandarenpriester. Und habe den jetzt gestern irgendwie auf Level 13 gespielt und freue mich schon, wenn ich mit denen ein paar Dungeons besuchen kann. Einfach so. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich könnte eigentlich so viele andere Sachen machen mit meinem Haupthelden, beispielsweise mal nachkrankwertig spielen oder so, aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen renne ich lieber mit einem pelzigen Getier durch die Gegend. Das ist doch schön. Ich sage dir immer, ich bin schwerer Verfechter davon. Jeder sollte World of Warcraft genau so spielen, wie es ihm Spaß macht. Das stimmt. Nicht diese elendigen Diskussionen und Restriktionen. Ja, aber man muss ja raiden oder PvP ist viel besser. Und wenn einer Spaß daran hat, zwölf Stunden am Teich zu stehen und zu fischen und zwischendrin Archäologie zu machen, so wie Maria zum Beispiel, dann soll sie das machen. Ich finde es schön. Ich freue mich über jeden Spieler, der in meinem Lieblingsspiel auf gut Deutsch seinen Spaß hat. Jeder Mitspieler ist ein guter Mitspieler. Und deshalb soll das Spiel jeder so genießen, wie er es am schönsten findet. Können wir nicht zitieren? Dürft ihr mich gerne zitieren? Ihr könnt Philipp gerne zitieren, dass er gerade sehr schöne Worte gesagt hat. Möchte ich mal betonen. Tja. Aber jeder, der ins Rated ist ein Kacknob. Okay, streich das mit dem Zitieren. Er hat nicht so schöne Worte gesagt. Wir hatten ja einmal vorhin schon das erwähnt, es gab diesen Activision Blizzard Earnings Call und Blizzard gehört natürlich zu Activision Blizzard. Macht Sinn? Könnte man anhand des Namens fast vermuten. Ja, und da hieß es zu World of Warcraft, sie geben mir keine Abozahlen mehr heraus. Weil es gibt ja andere Merkmale, an denen man den Erfolg dieses Online-Rollenspiels messen könnte. Auf jeden Fall hieß es da, dass die Spielerzahl wohl immer noch gut sein soll. Oder was war das? Höher als gute Spieleraktivität oder so. Keine Ahnung. Haben sie nicht Awesome gesagt? Normalerweise sagen sie doch bei jedem Satz Awesome. Ist bestimmt total awesome. Ich habe es mir nicht angehört, ich habe mir nur das Slide angeschaut und ein bisschen im Internet recherchiert und mir gedacht, na gut, wenn ihr halt keine Abozahlen mehr frei reingeben wollt, dann wollt ihr halt keine mehr reingeben. Was in dem Call tatsächlich meiner Meinung nach auch das Wichtigste war, das Wichtigste war, war, das, Word of Warcraft Legion nach dem Filmrelease erscheint. Also von Warcraft The Beginning. Und wenn ihr euch recht entsinnt, erscheint Warcraft The Beginning Ende Mai bei uns hier in Europa und am 10. Juni in den USA in den Kinos. Wir gehen mal schwer davon aus, dass mit nach dem Warcraft Release gemeint ist, nach dem US-amerikanischen Warcraft Release. Sollte man davon ausgehen, ja. Das heißt, ihr könnt mit World of Warcraft Legion irgendwann zwischen dem 11.6. und dem 21.9. rechnen. Weil da ist der späteste Release-Termin. Genau, weil sonst fängt dann nämlich der Herbst an und sie haben ja gesagt, irgendwie Sommer und so. Genau, letzter Termin muss ja vorher schon feststehen. Das heißt, so Prognosen, die ich in der Vergangenheit angestellt habe, so von wegen, oh, Mai oder so, trifft nicht mehr ganz zu. Irgendwann zwischen Juni, also entweder im Juni, im Juli, im August oder halt im September kommt dann World of Warcraft Legion raus. Und damit ist dann auch ein Warlords-Oftware alt genug. Könnte man sagen. Ist jetzt schon alt genug. Wobei ich, wenn wir da mal ins Reich der Spekulatius abdriften, jetzt. Du sprichst schon wieder über Essen, alter. Ich hab ein bisschen Hunger. Gehe ich jetzt tatsächlich davon aus, dass es echt September wird. Echt? Bis das Add-on rauskommt. Ja. Noch eine andere News, die die Woche kam, die du jetzt, glaube ich, hier noch nicht auf dem Zettel hast. Wahrscheinlich nicht. War die Spekulation, beziehungsweise, ich hab die News jetzt nicht gelesen oder geschrieben, dass es zu den Kino-Tickets von World of Warcraft tatsächlich einen Monat gratis Spielzeit für WoW geben könnte. Und das Grundspiel und die Erweiterung bis WoW mit dazu. Ja. Was ja so theoretisch Sinn machen würde, weil Blizzard will ja ohne Zweifel mit dem Film auch Leute ins Spiel locken. Also gibt man denen das Spiel, was im Moment, keine Ahnung, 5 Euro kostet, 10 Euro. Ich glaub so ein Battle-Test ist meistens 15 oder 20 Euro. Ja, gibt man das den Leuten halt dazu. Die finden den, also in der Intention von Blizzard finden die den Film geil. Gucken sich das Spiel an, laden sich runter, fangen an zu spielen. Und jetzt wäre es aber fatal, wenn innerhalb zwei, drei Wochen nach dem Film dann Legion kommen würde. Das stimmt. Weil die Leute sollen ja erst WoW durchspielen und nicht von dem Pre-Event genervt werden, was dann gleichzeitig stattfindet. Was ja nichts mit dem Film zu tun hat. Was den Autonomalspieler, der mit Warcraft nicht vertraut ist, total verwirren würde, wenn dann auf einmal Dämonen rumlaufen. Das heißt, in meiner Überlegung müsste dann zwischen dem Kino-Besuch und Legion sechs, acht Wochen mindestens sein. Davon ausgehend, dass nicht jeder am ersten Tag in Warcraft kommt, sind es dann irgendwie zwölf Wochen, drei Monate. Was dann bedeutet, dass es erst im September in meiner Intention kommt. In meinem Kopf macht es Sinn, wenn ihr mich jetzt nicht verstanden habt. Ich finde, das ist gar nicht so dumm. Kann man nicht zitieren. Kann man auch hier wieder zitieren. Ja, was dann halt wieder bedeutet, dass der letzte Content vom WOD, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, länger als Siege of Ogrima? Oder kürzer? Lass mich überlegen. Wann wurde es nicht im... Ich kann... Müsste lügen. Ich weiß nicht, wann die Hörgerweite-Tatelle geöffnet wurde. Ich habe ein scheißgeregnet, was das angeht. Aber es war irgendwann im Hochsommer, Ende Sommer. Ich glaube, Juli oder August oder so. Es könnte hinkommen. Ich habe es nicht... Aber ich glaube, dann ist es nicht länger als Siege of Ogrima. Siege of Ogrima war 13 Monate. Dann wäre es noch knapp drunter. Knapp, aber auch nur knapp. Was ja bedeutet, Sie wollten den Content schneller bringen. Also zwölfeinhalb Monate wäre ja dann schon schneller. Ach ja, Sie versprechen es auch jedes Mal. Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass Sie es wollen und dass Sie die Pläne haben. Aber irgendwie rechnen Sie den Verzug, der halt passiert nicht mit einem. Das ist das Problem. Dann kommt wieder... Das war irgendwie so ein hübsches Beispiel von irgendeinem der Community-Manager, die dann meinten, ja, das Fliegen in Wallets of Drainer wollten wir ja eigentlich auch früher bringen. Aber mit dem Patch, mit dem das kam oder kommen sollte, war dann irgendwie ein anderes Problem. Und das hat dann nicht funktioniert. Und dann mussten wir es weiter nach hinten verschieben. Und so passiert das halt. Es ist ja jeder Arbeitnehmer, oder eigentlich nicht jeder Arbeitnehmer, jeder kennt das ja. Man macht sich irgendeinen Plan, den man relativ straff organisiert. Und sobald das erste Unvorhergesehene passiert, funktioniert es nicht mehr. Es ist ja bei uns nichts anderes. Wir nehmen uns vor, was für Artikel oder was wir an dem Tag machen. Und dann kommt Dirk mal wieder ins Büro gestürmt. Mach mal schnell dies, mach mal schnell das, mach mal schnell jenes. Das dauert ja nur fünf Minuten, dann dauert es nochmal fünf Minuten und nochmal und ja. Und dann verschiebt sich schon das Erste auf den nächsten Tag. Ja. Und anders wird es bei ihnen auch nicht sein. Ich will denen da um Gottes Willen keine böse Absicht oder gar Lügerei unterstellen. Ach Quatsch. Die arbeiten hart und arbeiten so schnell und so gut wie sie können. Und die Endprodukte sind ja auch, auch wenn wir hier oft und viel lästern, immer noch grandios. Ja. Also World of Warcraft ist immer noch das... Also Wall of Warcraft-Trainer war es in einem Monat ganz gelorten. Ja, für mich sogar länger. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass WoW nicht so schlecht war, wie es gemacht wird. Ich fand Pandaria besser. Ja, da gebe ich dir auch recht. Yay! Kann ich dich zitieren. Was ich mir halt immer so denke, die Hochzeit, wo jeder so über WoW geschwärmt hat, war Wrath of the Lich King. Und da haben wir auch zwölf Monate, zehn Monate exakt dasselbe gemacht. Ich glaube, ich habe das mehrfach gesagt. Ich fand Wrath of the Lich King tatsächlich gut. Ja, doch. Burning Crusade fand ich besser und Cataclysm fand ich besser. Nee, Burning Crusade... Du darfst mich auch gerne zitieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, Burning Crusade ist hoffnungslos überschätzt. Natürlich, das war die erste Erweitung, die nach dem Grundspiel gaben. Die hat so viel, so viel besser gemacht. Genau! Schlüsselquests, Farmen, Ruffarmen. Ach nee, das ist ja... Das war total großartig. Das ist großartig, ne? Außer wenn es in MOP ist, dann ist es doof. Ruffarmen. Da fand ich das... Nee, das ist ja der Unterschied. Du hast ja auf ein Ziel hingearbeitet und da hast du nur auf nichts hingearbeitet. Ja. Quasi. Du hast ja irgendwie nur so ein paar Sachen gekauft. Auf Mounts und Verzauberungen. Ja, geil. Auf was hast du denn im PC hingearbeitet beim Ruf? Dass ich in die... Auf Edelsteine, die man kaufen durfte. In die heroischen Dungeons durfte. Ja gut, aber das war... Da waren wir ja schnell durch. Also das hatten wir ja schnell. Dann hast du die heroischen Dungeons spielen können und dann warst du in Serpentrine und in der Festung der Stürme unterwegs und dann hast du da die Questreihe gemacht, damit du dir den Zugang zu Mount Hygel und dann im Endeffekt zu Black Temple erspielen konntest. Ja. Wenn du jetzt sagst, das war grandios und die das jetzt nochmal implementieren würden. Ich fand das immer cool. Ich war immer sehr traurig. Ich bin ein Verfechter dieses Gating-Mechanismus, dass du erstmal das eine gesehen haben musst, um das andere spielen zu können. Ja, würde ich dir insoweit zustimmen, wenn, wie bei vielen Sachen, das Ganze irgendwie eine Account-Verbindung hat. Das ist richtig. Weil das Ganze mit einem zehnten Twink irgendwann zu machen... Einmal machen und dann ist es für alle anders freigeschaltet, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum sie wahrscheinlich die Artefakt-Questreihen so kurz und knapp gehalten haben, die du ja dann auch mit jedem Charakter drei-, viermal machen musst. Ja. Ja. Was soll ich noch sagen? Wo wir... Ah, Artefakt-Waffen. Super. Gehen wir nochmal einmal kurz zurück zum Blizzard-Ernance-Call. Was nämlich auch noch kam, es haben sich acht Millionen Leute für die Overwatch später angemeldet. Nur nochmal so als Hausnummer, dass das Spiel tatsächlich beliebt werden könnte. Ich weiß nicht, wie viele drin sind, gefühlt 50, weil ich immer wieder gegen dieselben Leute spiele, wenn ich spiele. Ja, wahrscheinlich sind es so 50 und nochmal 50 dazu, die sich auch nicht dafür interessieren. Ja, kann sein. Acht Millionen. Ja, das ist mehr als WoW-Spielen. Ja. Wobei man sagen muss, okay, so ein Haken bei ich habe Interesse an der Beta ist natürlich schnell gesetzt. Ja, natürlich. Es sind keine acht Millionen Leute, die dann da sitzen mit einem Geldschein in der Hand und sagen, wenn Overwatch kommt, kaufe ich es, wenn Overwatch kommt, kaufe ich es. Aber... Bei manchen Leuten ist das ja sowieso irgendwie Standard. Alle Haken reinzumachen. Dass sie das überall in den Haken reinmachen und dann gucken, ob sie in den Beta reinkommen. Wenn es ihnen fällt, dann greifen sie vielleicht zu. Ja. Wobei Overwatch natürlich zu dem ein bisschen anderes, wieder ein bisschen zurück ist, quasi zu dem ursprünglichen Prinzip eines Verkaufsspiels, weil Hearthstone und Heroes of the Stone kannst du ja halt auch einfach so spielen. Bei Overwatch willst du vielleicht auch tatsächlich gucken, ob deine Maschine das leisten kann oder ob du überhaupt Spaß damit hast. Das stimmt, bevor man da zig Euro vorausgibt. Dabei noch eins, was ich eben gerade noch kurz vor dem Cast gesehen habe, wäre jetzt bei GameStop war es, glaube ich. Es gibt eine Baby-Winston-Figur, wenn man jetzt vorbestellt. Wie eine Baby-Winston-Figur? Die war echt niedlich. Bei GameStop? Aber bei GameStop? Ich glaube, es war GameStop. Ich weiß es nicht. Aber gut, für mich ist es zu spät. Ich habe die Collector-Sendition schon vor Ort vorgestellt. So einer ist es so. Ja? Ja. Ich will so eine Soldier-Figur auf dem Schrank haben. So groß. Ich weiß nicht, ich hätte einen aufregenderen Helden mir gewünscht. Ja, Soldier ist halt der Klassiker. Damit kann jeder was anfangen. Also ich hätte auch lieber Torbjörn plus Turm. Das wären dann halt zwei Figuren. Ja, ist doch schön. Wäre mir auch lieber gewesen. Bei Soldier ist, glaube ich, die Gefahr am niedrigsten, dass einer sagt, das ist ein absolut doofer Held, den ich überhaupt nicht mag. Das ist bei jedem anderen Held größer, die Abneigung. Das ist möglich, ja. Aber so ein Rieber oder so hätte auch funktioniert. Könnte auch funktionieren. Kommt dann vielleicht für Overwatch 2. Man muss ja mal betonen, dass tatsächlich es mit Overwatch auch was Neues gibt bei den Collector-Editions von Blizzard-Spielen, nämlich dass tatsächlich mal eine Figur drin ist. Das muss man positiv erledigen. Das ist nicht üblich bei Blizzard. Nee. Der Soundtrack und so, Artbooks, alles immer dabei. Und Mauspad natürlich. Wie viele Mauspads habt ihr bitte zu Hause liegen, wo Blizzard draufsteht? Die kann man übereinander liegen. Ja. Dann wird es bequemer für die Mauspads. Dann hast du ein Mauspads-Sandwich. Ja. Kannst du Salami dazwischenlegen. Man muss gut. Nee, die Salamischeiben liegen im CD-Player. Man muss seine teure Maus ja gut behandeln. Ja. Die Maus auf der Erbse. Das ist richtig. So, wo waren wir mit World of Warcraft und Artefaktwaffen? Ich frage dich vorher kurz noch nicht, ob ich dich zitieren kann oder ob du noch irgendwas sagen wolltest zum Earnings Call. Nein, sonst wüsste ich jetzt gerade nichts. Das erzähle ich jetzt kurz von dem Wächterdroiden Artefaktwaffen, nämlich Ursox-Clown. Nicht Ursoll. Das habe ich nämlich letzte Woche gespielt und ich dachte, ich erzähle ein bisschen kurz. Ihr könnt euch natürlich auch das Video anschauen. Wie ich glaube ich vorhin schon gesagt hatte, gibt es übrigens auch einen Link zu unserer Berufeübersicht, also zu dem Artikel, was mit Legion bei den Berufen passiert. Und jetzt sind wir bei den Droiden und den Puzzelbären unter den Droiden. Das heißt, ich bin mit einem Bären losgezogen, hatte wieder von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil es ungefähr gefühlte zwei Jahre her ist, dass ich Hand an einen Droiden gelegt habe. Also im Spiel. In Wirklichkeit nicht. Und bin natürlich erst mal voll draufgegangen, muss ich mal dazu erwähnen. Aber beim Gleichgewichtstroiden, den habe ich ja auch gespielt fürs Video, bin ich auch draufgegangen, bin ich auch jetzt nicht stolz drauf, aber mei. Wenigstens bin ich nicht so häufig draufgegangen wie beim Gleichgewichtstroiden. Den müssen wir mal erwähnen. Was ich auch erwähnen wollte, war, dass sich der Traumweg zwischen Realität und Smaragdgrünem Traum, dort wo die Ordenshalle der Droiden sich befindet, ein bisschen sich verändert hat. Also sie sieht jetzt irgendwie cooler aus und irgendwie ein bisschen heimeliger, weil du hast dann halt tatsächlich so einen Smaragdgrünen Traumbereich, der auch sehr verträumt und cool aussieht. Und da hast du so rechts diese roten Ranken von dem Smaragdgrünen Albtraum. Und es sieht schon ein bisschen cooler aus und die Quest macht auch ein bisschen mehr Sinn oder ist ein bisschen logischer. Man muss nicht mehr 35.000 verschiedene Gegner umhauen. Und dann halt dieses Portal oder diesen Weg freizuspielen, sondern nur noch einen großen, der es aber ganz schön in sich hatte. So, dass ich erstmal dabei draufgegangen bin natürlich. Das war auf jeden Fall ein bisschen cooler und dadurch war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich in die Ordenshalle der Droiden wiedergekommen bin und die so aussah wie vorher. Weil es irgendwie nicht so nach Smaragdgrünner Traum oder sowas aussieht, sondern tatsächlich eher so Weischarra-mäßig. Nach Wald. Ja, grün. Also so ein anderes Grün. Also in diesem Traumweg ist dieses Grün so dunkel und da ist ein bisschen Gold mit drin und so ein Spaß. Und dann kommst du halt intag rein da in diese Ordenshalle und alles ist normal. Aber übersichtlicher ist es immer noch nicht geworden, oder? Nee. Als ich die Heil-Droiden-Questline gemacht habe für die Artefaktwaffe, habe ich mich so oft verlaufen und dann in der Mitte von dem Areal steht und gefühlte 30 Portale um einen rum in alle Richtungen. Durch jedes Portal einmal durch und dann so im Kreis weitergearbeitet, bis man das Richtige getroffen hat. Ich habe glücklicherweise mit dem Gleichgewicht zu reden und mit dem Wächter-Droiden jedes Mal das Richtige getroffen. Das war sehr gut von mir. Aber in der Ordenshalle habe ich erstmal, da musste ich leer, ich glaube Steinklaue wird sie dann heißen oder Steinpranke, die heißt Stonepaw, musste ich finden in irgendwie einer Barrow-Den. Und die einzige Angabe hattest du, dass sie irgendwo im Norden ist. Und ich denke ja, so wie früher. Weißt du, auf der Karte auch kein Punkt, die Karte grün, wie das in lokalisierten Fassungen von Betas so ist. Da funktioniert das alles noch nicht so richtig. Und wo finde ich die denn jetzt? Und bediene ich jede einzelne Hütte rein, um zu gucken, ist das eine Barrow-Den? Nein, ist das keine Barrow-Den. Wieder raus. Natürlich bist du dann immer wieder demoutet und aufgemoutet und die gemoutet und eine Viertelstunde lang da rumgerannt, um das richtige Ding zu finden. Und bin dann halt da runtergerannt und das sah auch sehr viel schicker aus, meiner Meinung nach, als diese Barrow-Dens, die man kennt aus dem Spiel aktuell. Also das sind ja meistens nur so ein bisschen Höhlen und dann ist da ein Brückchen und dann siehst du da eine Wurzel und sei es braun. Und das sieht auch ein bisschen hübscher aus. Du meinst jetzt die Katakomben, in die man runter muss, oder? Weil die in der Highlight-Questline musste ich runter in Katakomben und dann da in irgendeiner komischen Geistergestalt rumlaufen. Die gibt es nämlich schon eins zu eins im Spiel. Die sind irgendwo beim Nachthelfen-Startgebiet. Dunkelküste, glaube ich, gibt es diese Höhle schon eins zu eins genauso. War ein großes Déjà-vu, als ich da drin war. Weil da gibt es im Spiel auch mehrere Quests drin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Katakomben. Wenn du Katakomben sagst, weiß ich nicht, was du meinst. Ja, so ein Erdloch, dass man runterläuft und dann sind da unten so Marmorsäulen. Es gibt eine, die sieht ähnlich aus in Hyjal. Wenn du da diese Geschichte mit, wie heißt der? Fa... 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 Fahlo? Nee, Fa... Da, 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 da. Fahrengi? Was? Fahrengi? Ähm. Ähm. Na, scheiße, wie heißt denn der? Hier in Feuerlande, der Boss vor Ragnaros. Maiodomus. Fahrengi? Das riech ich jetzt auf. Maiodomus halt. Maiodomus. Naja, der Typ, der Böse Droide halt. Wo der Böse Droide entführt wurde, wo man irgendwie dem auf die Spur kommt, dass er doch nicht da im Gefängnis ist oder so. Das sieht ein bisschen ähnlich aus. Ja. Das ist ja bei Blizzard üblich, dass Höhlen-Designs ganz oft verwendet werden. Ja, das stimmt. Scheiße. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal 35 Stunden nach diesem Ding gesucht und bin dann wieder raus. Und dann muss man für die Quest-Reihe in die Grisselhüge natürlich zu Vordrassil, dem ausgehöhlten ehemaligen, ewigen Baum. Wie heißen die Dinger? Das ist ja auch egal. Zu dem Baum, wo die ganzen Furborgs drin sind. Furborgs. 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 Dann ruft man Ursoll herbei und muss eine Prüfung für den erledigen, um sich quasi dessen würdig zu zeigen, dass man Ursocks Clown sich nehmen darf. Also der Bruder testet dich, um seines Bruders Clown zu verteilen. Genau. Gucken wir mal, ob du gut bist, dann kannst du meinem Bruder sein Zeug nehmen. Ja, so ungefähr. Und wenn du besonders gut bist, darfst du sein Zeug nehmen. Da Ursoll der Lorm nach eher so ein Schamane ist, würde das glaube ich nicht ganz so passen. Ursock ist halt derjenige, der mit Clown und Pranken voll in den Kampf reingespungen ist. Husten. Ich habe gerade einen Hustenreiz im Hals. Und meinen Magenknot. Furchtbar. Salami zwischen Mauspads. Und dann beweisst du dich halt, indem du da mehrere Gruppen an Gegnern quasi tankst und umhaust und so. Und dann wirst du halt als würdig erwiesen und darfst dann aus einem Schluck Mutbrunnenwasser trinken. Und kommst dann in den Smaragdgrünen Traum, um dich dann schließlich zu dem Geist von Ursock herbeizukämpfen. Der im Smaragdgrünen Traum quasi an der gleichen Stelle ist wie du in den Grizzlyhügeln. Und wird dann halt von Albtraumwesen angegriffen und dann hilfst du ihm. Und dann muss noch ein Zauber kanalisiert werden von dieser Lea-Stein-Pranke, die dann halt, damit der Schutzmechanismus von den Pranken entfernt wird. Und dann kannst du dann schlussendlich, wenn du alles umgehauen hast, diese hübschen Pranken in deine Hände nehmen. Die dann dafür sorgen, in der normalen Gestalt, also halt in der humanoiden Gestalt, hast du dann tatsächlich zwei relativ coole Feuer, also so Pranken, die in der Grundform sind, die so feurig und rot-orange. Mit so ein bisschen Flammeneffekt und so sieht es ziemlich cool aus. Was ich überhaupt nicht cool finde, ist, wenn du in die Bärenform wechselst, dann verändert sich natürlich auch der Look deiner Bärenform. Und in der Standard- oder in der Grundversion bist du dann so leicht lila und siehst aus wie Ursock. Und Ursock hat meiner Meinung nach ein großes Problem. Er hat nämlich so zwei Pferdezöpfchen an den Ohren hängen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Okay. Ne, kann man ja Gott sei Dank ändern. Bin ich kein großer Fan von, aber gut. Ich fand das auf jeden Fall alles relativ nett und stimmig. Und man kriegt halt auch ein bisschen was von der Lore mit. Und ich fand das auch besser als beim Gleichgewichtstruiden, weil irgendwie sind ja die Keller oder die Katakomben von Karazan irgendwie so das Abstellgleis für die Klassen, bei denen dann irgendwie nichts eingefallen ist. Da haben wir auch im letzten Morkas schon drüber gesprochen. Alle Waffen, die noch gefehlt haben, haben sich irgendwie ausgedacht und in den selben Keller gestellt. Wobei die Sichte von Elone, die kennt man ja schon. Hier ist ja lore-technisch eine Gruppierung, die Artefakte sammelt seit tausend Jahren. Da legen wir die alle mal in den Jede Schatz-Tour. Ich fand das gar ganz schlimm. Du hast ja jetzt jede Menge Artefakt-Quest-Reihen für Videos und so weiter gespielt. Was würdest du denn sagen, was ist denn so die beste? Ich glaube, so viele waren das gar nicht. Weil ich habe jetzt nur die vom Paladin gespielt, die ich jetzt hier nicht erzählen will wegen Spoiler und so. Oh, ich weiß. Ich weiß, Aschenbringer und so. Ja. Nicht weniger als die beste Waffe aller Zeiten. Was habe ich gespielt? Ich habe den Gleichgewichts-Ruinen gespielt, den Wächter-Druinen, den Überlebensjäger, den Schattenpriester. Oder sagen wir so, ist irgendeine dabei, die tatsächlich sehr positiv heraussticht? Ich fand jetzt tatsächlich die Wächter-Druinen-Quest am besten. Also die man auch mal spielen könnte, wenn man die Klassische-Spezialisierung nicht vorhat zu spielen. Einfach nur, weil die Quest-Reihe schön ist. Ich fand die cool. Ich fand auch die Geschichte von einem Schattenpriester ein bisschen cool, bis ich festgestellt habe, dass... Wann es tot ist, bitte? Auch nach Karazhan geht? Nee, es geht nicht nach Karazhan. Wann es tot... Nee, es waren Krieger. Krieger haben genau das Gleiche. Okay. Sehr spannend. Was ich nicht so toll fand. Wie gesagt, beim Gleichgewichts-Ruinen, der teilt sich das mit so vielen. Irgendwann mal mit Hexenmeistern... Todes-Session. Nee, Gebrechens-Hexenmeistern teilt er sich das. Beim Todes-Ritter gibt es eine Skillung, die da reingeht. Da war noch irgendwer. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt so viele, die müssen da rein, dass ich das tatsächlich ein bisschen sehr lächerlich finde. Und Überlebensseher war in Ordnung. War jetzt nicht besonders episch, ehrlich gesagt. Das, was ich gerne mal... Ich habe tatsächlich einen Moment lang überlegt, ob ich mir nicht ein Schurken spielen soll. Weil ich die Questreihe vom Gesetzlosigkeit-Schurken gesehen habe. Und ich fand das relativ cool, weil du bist so ein Piraten und so unterwegs. Weil Gesetzlosigkeit-Schurken sind ja so ein bisschen auch an das Piraten-Flair angelehnt. Ja, das stimmt. Das fand ich ein bisschen cool. Das hat Dirk, glaube ich, gespielt. Aber ich habe ja hauptsächlich... Wenn ich mir irgendwas angucke oder sowas, dann muss ich ja immer in Dirks Videos reingucken. Und da kriege ich dann relativ viel mehr. Ich bin immer arg enttäuscht tatsächlich, wenn eine Artefakt-Quest-Reihe kommt. Oder eine Artefakt-Waffen-Quest-Reihe. Und wenn ein Großteil aus irgendwas besteht, was andere auch spielen. Weil es ist mir ein bisschen zu lazy, ehrlich gesagt. Wobei das jetzt wahrscheinlich uns so geht, weil wir die halt alle in kurzer Zeit hintereinander sehen und gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das dann im fertigen Spiel wirklich so einen Impact, also so einen Einfluss hat. Wenn ich einen Druiden spiele... Nehmen wir mal an, ein Druiden wäre meine Hauptklasse, ein Todesritter wäre meine Nebenklasse oder ein Hexenmeister oder sowas. Und ich spiele diese eine Quest, die teilweise halt cool ist für die Sichel von der Lune. Weil du verfolgst ja jetzt erstmal ein paar Worgen oder sowas. Du musst erstmal so auf die Spur quasi kommen, dieser Sichel, die ja eine sehr legendäre Artefakt-Waffe ist. Von der keiner wusste, wo sie verblieben ist. Und das ist relativ cool, aber sobald du halt in diese Katakombe von Karazhan reinkommst und dann komme ich irgendwann mit meinem Todesritter da hin. Und ab da ist es quasi genau das Gleiche, nur dass der Boss ein paar andere Fähigkeiten benutzt, denke ich mir... Wir sind dann vielleicht ein bisschen fizzy. Weiß nicht. Ja, wenn es Lore-mäßig Sinn macht... Ich meine, das haben sie schon nicht blöd gemacht, dass du da die Fraktion der Nachtreiter oder sowas, die seit Jahrtausenden legendäre Artefakte sammeln und horten. Natürlich, Lore-technisch macht es durchaus Sinn, dass dann verschiedene da hingehen und sich da ihre Waffe rausholen. Weil ich mir dann immer denke, dann nimm doch die anderen Waffen mit und verteil sie in Sturm mit oder irgendwas. Ich hab hier noch was abzugehen. Nimmst du deine eine Waffe da raus und lässt 20 legendäre Waffen da an der Wand hängen. Ja, aber ich denke später... Also wichtig ist es in meinen Augen vor allem, dass die drei Quests rein oder vier Quests rein beim Truinen von den unterschiedlichen Specs sich unterscheiden. Weil die macht man ja wahrscheinlich eher hintereinander. Man macht die erste Level hoch und dann macht man die anderen hinterher und dann fängt man irgendwann an mit Twinks zu spielen. Ich glaube, ich muss mir mal Sebastians Disziplin-Priester-Video anschauen. Der musste nämlich auch irgendwie nach Tieresfall, was der machen musste. Und dann kann ich entscheiden, wie das so war. Ja, ich muss jetzt auch die anderen zwei von Paladin dann noch machen. Ja, mach mal bitte. Ich hätte gerne das Video. Weißt du, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, möchte ich bitte, dass sie bald Videos online sind. Ich bin schon lange fertig und das Top-1-Video aufbacht. Warum hast du eigentlich einen Heil-Druinen gemacht und das Video kein Video mehr zu? Weil ich das nachts schnell machen musste, weil wir am nächsten Tag die Dungeons spielen mussten für unsere Artikel. Ja. Ja. Außerdem wolltest du das auch nicht als Video sehen. Ich bin nämlich ein Druiden-Noob. Ich habe unglaublich viele Andäufe gebraucht. Ich weiß nicht, ob die Druiden-Artefakt-Quest 3 vom Heil-Druiden wirklich so viel schwerer ist als die vom Paladin oder ob ich einfach so schlecht bin mit den Druiden. Ich habe drei, vier Andäufe gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich ein Gruppeninterface einblenden sollte, damit ich die viel leichter heilen kann, die da mit mir unterwegs sind. Macht Sinn, oder? Dann habe ich noch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich vielleicht irgendwelche Sachen entzaubern sollte, die mir im Interface nicht angezeigt wurden. Ja, hat eine Weile gedauert. Dann ging es doch nicht so schnell. Nachts um drei irgendwann. Sehr schön. So. Was macht man nicht alles für die Arbeit? Zu WoW habe ich noch was aufgeschrieben. Es heißt ja nämlich, dass es nur zwei neue Arenen gibt für PvP in World of Warcraft Legion. Einmal mit einer Rabenwehr und einmal irgendwo anders. Habe ich auch schon wieder vergessen, wo. Passiert. Aber es soll irgendwie noch eine andere interessante Open PvP-Geschichte geben, nämlich in der Schattenseite von Lalaran. Das ist ja die Canalization. Kanalisation. Und das funktioniert folgendermaßen. Das hat nämlich unser Nomi mal ausprobiert. Der Dreh- und Angepunkt des von Spielern selbst aktivierbaren Geschehens, also man kann das selber halt auslösen, ob da PvP gespielt werden darf oder nicht, ist der Blood Elf Raysan oder Raetan, wie er heißt, in der Canalization. Für 20 blinde Augen, die in Kisten in Lalaran gefunden werden können, schickt er die Wachen fort und das Open PvP kann beginnen, auch auf PvE-Servern. Nun gut. Wenn er keine Lust auf Ärger hat, bekommt von Reitern. Er konnte sich nicht entscheiden, ob der mit A oder mit I geschrieben wird. Für 5 Goldstücke eine Level 110 Stadtwache, ein Magier, zur Seite gestellt, die als Leibwache fungieren soll. Inwieweit das funktionieren wird, wenn euch mehrere Spieler der gegnerischen Fraktionen angreifen, sei mal dahingestellt. Das riecht doch ein bisschen nach Alibi-Feature. Das war seine Meile. Wobei ich muss sagen, ich meine, die Schattenseite von Dalaran, die ist ja in meiner Erinnerung, in Wrath of the Lich King zumindest, für nichts wichtig gewesen. Außer, dass man die Kanalratte angewollt. Außer, dass man ein bisschen durchgedaucht ist, was war's. Ja, oder für die Kochquests musste man, Kochquests, Angelquests, für irgendwelche Dailyquests musste man ab und zu unten irgendwas einsammeln. Aber ansonsten brauchte man die nicht. Und da finde ich es eigentlich eine gute Idee, dass man die zum PvP-Geschmützel macht. Zumal in Dalaran wieder Horde und Allianz auf einem Fleck sind. Ja, da kannst du ein bisschen ordentlich... Und können einfach runtergehen und sich ordentlich unten aufs Fressbrett gehen. Ich weiß jetzt nicht, warum man sich da eine Stadtwache zur Seite stellen soll. Ich meine, solange das PvP auf unten begrenzt ist, muss ich ja nicht runter. Achso, da unten ist natürlich der Zugang zum Schwarzmarkt und auch zu uns raus. Aha, okay. Das ist zum Beispiel ein Fakt, der mir unbekannt war. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, fünfmal das Schwarzmarkt-Auktionshaus besucht habe und das war's. Ich habe einen Händler in der gar nicht so unten stehen, der mir sagt, was drin ist. Ich auch. Mitstand ab und zu hinfliegen kann und 800.000 Gold bieten kann und danach ergibt es trotzdem immer für 99.000 und 900.000 weg. Irgendwelche tollen Sachen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob das irgendwie noch mal offiziell erklärt wird oder so, wie das funktioniert oder warum das da ist. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt nicht grämen, dass es kein neues Schlachtfeld oder sowas gibt, sondern guckt einfach mal da rein. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst das halt. Ansonsten gibt es ja immer noch dieses hübsche Prestige-Rangsystem, was ihr im normalen PvP durchgliedern könnt quasi. Genau, mit neuen PvP-Talentbäumen und so weiter. Ja. So, und jetzt, fünf Minuten vor Abschluss oder so, erzähle ich noch ein bisschen von Firewatch. Dein neues Lieblingsspiel. Aktuell zumindest. Ich habe es ja schon fertig gespielt, also es ist auch noch nicht mehr mein Lieblingsspiel. Das ist ein Genre, was mir super gefällt. Das sind Walking Simulators. Habt ihr auch schon mehrfach gehört von mir, dass ich da auf sowas stehe. Und es geht um Folgendes. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil sonst ist ja Story-Spoiler oder so, weil der Sinn von Walking Simulators, Simulatoren ist ja tatsächlich, dass diese Geschichte erzählen wird. Also vielleicht hast du Walking Simulator mal erklärt in einem der vergangenen Buffcasts. Vielleicht sitzt jetzt jemand draußen so wie unser Chef. Hä? Weiß? Ein Zu-Fuß-Geh-Simulator, was soll das denn sein? Ein Walking Simulator ist ein Spiel, in dem du einen bestimmten Bereich oder sowas erkundest, in dem du mit einem Charakter einfach durch die Gegend gehst. Meistens ist es First Person. Und dann entdeckst du Sachen. Also es gibt größtenteils keine anderen Charaktere in diesem Ding, sondern du entdeckst Briefe, Fotos, Bücher, Tonbänder, irgendwie sowas. Und darüber wird dir die Geschichte erzählt. Und du wirst dann natürlich von den Entwicklern auch gezielt immer in eine Richtung geschoben, wo du dir denkst, oh, was passiert da jetzt Mysteriöses? Also es gibt auch immer so diesen Hauch an Mysteriösen bei den Walking Simulators, wo du dir denkst, oh, was passiert, ist denn jetzt da dramatisch, was passiert oder so? Oh, was ist denn jetzt mit dem da? Und überhaupt geht es tatsächlich darum, dass du die ganze Zeit mitfieberst. Und am Ende gibt es dann halt eine befriedigende Auflösung oder nicht ganz so eine befriedigende Auflösung. Das Ganze ist meistens nach zwei oder drei Stunden oder vielleicht mal fünf Stunden oder sowas auch durch. Oder hast du entweder eine gute Zeit gehabt oder hast du nicht und dann sind Walking Simulator-Spiele nichts für einen, würde ich sagen. Ja, für mich zum Beispiel. Ich finde das total großartig, weil ich gehe einfach gerne durch Spiele durch und gucke mir die Landschaft an und gucke mir Sachen an. So bekannte Walking-Simulatoren sind beispielsweise, ich glaube, ich würde tatsächlich dazu gehen, Journey dazu zu zählen. Wobei das ist, glaube ich, nicht First Person. Journey auf jeden Fall, Gun Home, The Park, was im vergangenen Jahr erschienen ist, von Funcom, was an Secret World mit anschließt. dann We didn't vergessen, wie heißt denn? Firewatch auf jeden Fall. Es gibt viele davon. Das ist letztes Jahr erschienen, wie heißt denn das? Und ich vergesse immer den Namen und dann fällt mir immer ein, es gab noch ein anderes, was gerade vor kurzem erschienen ist und dessen Namen ich mir auch nicht merken kann. Das ist furchtbar. Ich und mein Gedächtnis. Na ja, gut, es sind ja noch jede Menge. Hier, Life is Strange, ist, glaube ich, auch einer. Das ist auch in mehreren Episoden erschienen. Ich bin mir nicht gerade, ob es Vanishing of Ethan Carter, ob das auch eins war. Auf jeden Fall gab es noch eins mit so einem Dorf, wo alle Leute verschwunden sind und wo man dann herausfinden musste, was da passiert ist. Ich weiß aber gerade tatsächlich nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, es gibt dieses Genre und es gibt Leute, die finden es gut. Ich finde das gut und deswegen habe ich mir so ein Hotfire Watch gekauft und musste das natürlich dann auch gleich spielen. Und es geht darum, dass du einen Typen spielst, der in den 80er Jahren in, ist das Yellowstone? Ich glaube, es ist Yellowstone. Im Nationalpark auf jeden Fall in Amerika als Lookout anheuert, als jemand, der guckt, also auf so einem Turm sitzt, wie so ein Jägerturm quasi, so ein Aussichtsturm, der wohnt da drin und hält Ausschau nach Feuern und wenn es Feuer gibt, dann meldet er das. Deswegen heißt das Spiel natürlich auch Firewatch. Macht Sinn, nicht wahr? Bist du ein bisschen langweilig, ganz nur zu sitzen. Aber machst du ja nicht. Du hast erstmal noch einen anderen Charakter, das ist, also dein Charakter, Henry heißt er und ein anderer Charakter heißt Delilah, ist eine Frau und die sitzt in einem Turm ganz weit weg, aber du siehst immer diesen Turm und siehst nachts das Licht oder sowas und mit der kannst du dich so über ein Walkie-Talkie unterhalten. Okay. Das ist quasi ein Walk-and-Talk-Simulator oder ein Walkie-Talkie-Simulator. Das hört sich jetzt an wie die Eröffnung von der Akte-X-Folge oder sowas. Ja. Und dann bekommst du so verschiedene Aufgaben, also du kommst da halt hin, bist der Neuling, musst erstmal gucken, so sagt sie dir, hier geh mal bitte da unten gucken, da passiert jetzt irgendwie Gedöns oder hast du das gesehen, da schießt jemand Feuerwerk ab und da die Feuerwarnstufe relativ hoch ist, solltest vielleicht kein offenes Feuer oder sowas in diesem Park haben und dann gehst du halt aus seinem Turm runter und fließt dich halt quasi durch die Wildnis oder folgst den Wegen dort und um herauszufinden, was sind das für Leute, die da Feuerwerk abschießen und so. Und das Ganze ist relativ frei begehbar, also es gibt natürlich irgendwie so Berge oder was, wo du nicht rumkommst, aber der ganze Bereich ist relativ frei begehbar, das ist auch so ein, nenne ich mal, Feature von diesen Walking-Simulatoren, wie beispielsweise bei Gun Home hast du ja auch dieses Haus, wo du jeden Raum und sowas betreten kannst oder immer so einen Schlüssel oder dann irgendwie die Möglichkeit finden, in einen bestimmten Raum reinzukommen. Das gehört halt auch dazu, dass du sehr viel explorst, also die Umgebung erkundest und Sachen halt findest und dann lernst du zwischendrin dann, wie du dich irgendwo abseilst oder findest dann merkwürdige Sachen und dann kommst du so quasi so eine mysteriöse Geschichte auf die Spur. Meistens ist es halt so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, die Entwickler halt die Geschichte, also die können die Geschichte natürlich durch bestimmte Events, die passieren, in eine Richtung drücken, so dass du beispielsweise glaubst, jetzt in Gun Home in diesem Haus hat jemand ganz Schlimmes gewohnt und möglicherweise ist davon noch irgendwas da oder sowas. Also es ist so, ich glaube das erste Drittel oder die erste Hälfte von Gun Home habe ich geglaubt, weil das hat nur damit zu tun, dass ich irgendwie Zeitungsberichte gefunden habe, wo es hieß, dass irgendwo in dem Dorf war ein Psychiater oder so. Psychiater ist ja immer böse in Filmen. Und du denkst halt die ganze Zeit oder du findest dann einen Zeitungsausschnitt, wo dann steht irgendwelche komischen Vorfälle. Also eigentlich nichts Dramatisches oder sowas, aber in deinem Kopf findet genau das statt, was die Entwickler von dir wollen. Dass du glaubst, da sitzt jetzt ein mörderischer Psychopath irgendwo so. Oder in Firewatch, ne, sag ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gehört das halt zu diesem Simulatoren dazu, dass so eine Erwartungshalt, also dass eine Erwartung aufgebaut wird und das Ganze dann immer häufig, nicht immer, aber häufig halt eine total normale Auflösung oder sowas hat. Also das Genre klingt tatsächlich wie so ein Mystery-Thriller zum Mitspielen, das ist vielleicht übertrieben, zum Miterleben, ist vielleicht das richtigere Wort. Das ist so. Also es ist immer so diese Thematik, oder? Es gibt keine Walking-Simulatoren, die an eine Comedy erinnern oder keine Ahnung was. Ich habe bisher noch keinen gespielt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist immer so dieses Mysteriöse, mit dem die Entwickler gerne spielen halt. Was passiert da? Und dann so tatsächlich, dass du glaubst, da ist was Schlimmes passiert. Das könnte tatsächlich eher wirklich dann was sein. Du hast mir dir mal empfohlen für ein bekanntes Pärchen, die nach Spielen gesucht haben, die man bequem abends auf der Couch zusammen spielen kann. Das ist jetzt zwar nichts, was man in dem Sinne spielt und schon gar nicht mit zwei Controllern oder sowas. Es ist quasi wie so ein Telltale-Inventor. Wie so ein Filmabend, wo man dann zusammen direkt drüber diskutieren kann, über die Schnipsel, die man findet. Oh, guck mal, was glaubst du denn da? Geh mal da hin und guck nach. Nein, geh mal da hin. Da ist bestimmt was Böses, da gehen wir nicht hin. Könnte tatsächlich für solche Leute sehr interessant sein. Ich persönlich bin viel zu ungeduldig für sowas. Wer keine Questtexte liest, da liest du auch keine Zeitungsschnischel auf dem Boden? Ich glaube, das ist tatsächlich, es hat auch viel mit der Machart zu tun. Also in den meisten kannst du halt auch wirklich, bewegst du dich in einer anständigen Geschwindigkeit vorwärts. Ich glaube so, warte mal, ich glaube, das erste Ding dieses Genres war tatsächlich Dear Esther. Das ist eine Modifikation von Half-Life 2, wo du auf einer Insel rumläufst. Und ich glaube, das Schlimmste, was ich, also Dear Esther fand ich nicht scheiße oder so, aber es hat nicht so meine Erwartungen erfüllt, weil es sehr kryptisch war und so. Und das Schlimmste ist, wenn du in so einem Walking Simulator bist und du kannst nicht schnell laufen, wenn du schnell laufen möchtest. Und es gibt halt dieses eine Spiel, was ich erwähnt habe, mit dem Dorf, wo die Leute verschwunden sind, da kannst du halt nur im Schneckentempo durch die Gegend laufen. Und das, darauf habe ich auch keinen Bock. Man muss auch ein bisschen selber steuern können. Das ist super. Auf jeden Fall, Firewatch lege ich immer ins Herzen, der beispielsweise sowas wie tatsächlich Gun Home gemacht und gemocht hatte. Wobei ich finde, dass die Story, so wie es sich dann entwickelt, nicht ganz so stark ist wie Gun Home, aber trotzdem immer noch cool und vor allem diesen Park zu erkunden, ist irgendwie geil. Ja, wenn die Entwickler, das sind so Spiele, die leben von der Liebe der Entwickler zum Detail. Wenn da Entwickler dran sitzen, die keinen Bock da auf das Spiel haben, dann merkst du das im fertigen Produkt an jeder Ecke und an jedem Ende. Aber wenn da Leute sitzen, die echt Lust darauf haben, die da Spaß dran haben, solche kleinen Schnipsel zu verstecken, ich glaube, dann sind solche Spiele auch richtig, richtig gut. Ja, ich bin ja auch schon in World of Warcraft immer so jemand gewesen, der irgendwie an die unmöglichsten Orten irgendwie rumgekauft ist, um irgendwie vielleicht irgendwas zu finden oder dann diese Bücher alle irgendwie mal gelesen hat und das ist halt so meins. Da stehe ich drauf. Wie gesagt, jeder soll es so spielen, wie man es am schönsten findet. Und wer nicht Journey gespielt hat, soll unbedingt mal Journey spielen. Ich glaube, ich kann jetzt Schluss machen. Oh, es ist bald 17 Uhr. und 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 und